Der kam mal in Frankfurt oder so, kam mal zu mir an und sagte, ey, was ist denn mit dem BAB-Match? Und ich so, ähm, du, keine Ahnung, frag mal, Jarambo oder Merlin, die machen das, ich bin da nur der Host. Und er so, ja, habt ihr auch einen guten Host? Bevor er sich überhaupt vorgestellt hat oder sonst irgendwas, Alter. Alles klar, vielen Dank, ciao. Yes, ja, neue Folge, Talking Diltily. Wir haben diesmal Kruppeln im Haus. Lüri ist als Gast dabei, grüß dich. Yeah, yeah, hi. Oh, hi to the king, es ist motherfucking Lüri. Ja, das gefällt mir, Alter, so lasse ich mich gern vorstellen. Hi, zusammen. Länger schon vorgehabt, jetzt hat's endlich mal geklappt. Ja, geil, voll gut, ey. Wie geht's euch? Ja, gut, gut. Gut, so weit, ja, und ihr auch? Ja, alles klar. Ich hatte gerade noch Proton und Falk im Studio. Vor zehn Minuten sind die abgehauen. Heute ist Hip-Hop-Tag. Hast du ja noch Musik aufgenommen oder wie? Ja, genau, wir haben noch ein paar, wir haben noch Songs gemacht und die beiden geilen haben wunderschöne 16er eingerappt. Voll profimäßig. Wir waren eine halbe Stunde am Aufnehmen und den Rest hat Protonen Bier getrunken und Falk und ich haben beschämt über die Witze von Protonen gedacht. Das Leben, wie es sein sollte. Klingt authentisch auf jeden Fall. Ja, so weit. Sag mal, du hast ja letztens eine Insta-Story gemacht, wo du neue Tracks vorgespielt hast. Kommt da was auf uns zu oder wie? Ja, ich sitze eigentlich schon seit geraumer Zeit an neuer Musik. Ich habe gerade sogar einen Song fertig gemacht. In dem Song rappe ich darüber, dass ich irgendwie keine Zeit mehr finde zu rappen. Gerade erst fertig geschrieben. Allerdings ist jetzt schon so viel Zeit vergangen, dass ich wirklich ein bisschen was angehäuft habe und vielleicht schaffe ich es auch nochmal im Frühjahr einen Release rauszuhauen. Allerdings will ich nicht zu viel versprechen, weil das ist ja immer alles schwierig. Ich werde auch noch Vater und das kommt auch noch. Also viele Brocken vor mir, aber vielleicht kriege ich es ja irgendwie hin, nochmal Musik rauszuknallen. Ja, vielleicht kriegen wir auch so Kinder-Baby-Sample oder so, wie das halt so bei Lackmann immer war auf den Tracks. Ja, genau so. Ja, der beste und relevanteste Schweizer Rapper hat gerade ein neues Album veröffentlicht, wo er auch seine Tochter gesampelt hat, die dann immer Gürzi sagt. Gürzi ist gleichbedeutend wie Keks. Und da hat er quasi so eine Metapher aus Keksen, die eigentlich Geld bedeutet, gemacht und so die Welt erklärt mit der Stimme seiner Tochter. Das war ziemlich ein schöner Track. Ja, glaube ich. Wir haben uns ja, das ist noch gar nicht so lange her, da haben wir uns alle gesehen, nämlich in Kassel. Da wurde ja jetzt das Battle Rap Jahr eröffnet. Vorher gab es ja meines Wissens nach nichts, kein Event oder so. Und Diltili war in Kassel und hat ein ziemlich krasses Event abgefeuert. Also zumindest der Flyer lasse ich ja sehr, sehr, sehr gut. Aber zuerst sollten wir vielleicht nochmal abchecken. Also sonst war Kassel ja immer bekannt für auch die Location, die das hatte, das Arm. Rest in Peace, leider gibt es das nicht mehr. Ja, Rest in Peace. Es kam auf Video halt immer ziemlich krass rüber, ne? So alte Gewölbekeller und so war eigentlich ziemlich dope Location. Was haltet ihr von dem neuen Schuppen? Also das war die, wie hieß das? Kulturzentrum Färberei oder so? Färberei, genau, ja. Ja, mir hat es sehr gut gefallen. Ich fand die ganze Location ziemlich einladend und irgendwie auch prädestiniert für Battle Rap. Die Halle war geil, das Licht war geil, Crowdsituation war cool irgendwie. Also mir hat es gefallen. Klar, das Arm hatte natürlich einen besonderen Charme mit diesen Kellergewölben so und das sah halt auch auf Video immer ziemlich geil aus. Aber die neue Location kann auch was. Ich liebe das Arm, ne? Aber im Endeffekt hat es einfach auch nur gut ausgesehen. Also so standen diese beschissenen Säulen im Raum überall und so richtig geeignet war es schon nicht für Battle Events. Da war, ist die Färberei schon geeigneter, finde ich. Und fand es auch mega entspannt, dass man danach nicht direkt raus musste und dass man wirklich noch ein bisschen chillen konnte, was trinken konnte und so weiter. Das war schon angenehm. Der gute Brian Damage hatte das klar gemacht, ne? Der arbeitet wohl da. Ja, genau, genau. Der ist, glaube ich, der Buka von der Location. Ja, genau. Irgendwie so. Ja, und hat er gut gemacht. Also cooles Ding auf jeden Fall. Sieht von außen ja eigentlich auch schon urig aus und irgendwie ein cooles Ding einfach. Ja, wir hatten erst ein bisschen Probleme, das zu finden, muss ich sagen. Weil man da ja auch irgendwie erst auf diesen Hof musste und dann einmal irgendwie um das Gebäude rum oder so. Aber das, ja, als wir es dann hatten. Also wenn die das jetzt auch standardmäßig da machen, dann ist das ja auch in den nächsten Jahren kein Problem mehr. Das war beim Arm natürlich ein bisschen einfacher. Das war, glaube ich, direkt am Bahnhof oder so. Direkt am Bahnhof, ja. Ja, genau. Aber gut. Ja, ne, ich fand es auch cool. Also es war auch eine schöne kleine gemütliche Location. Die Leute da waren auch mega entspannt, oder? Da hatte ich auch das Gefühl, also hier das Barpersonal und die Leute, die da gearbeitet haben. Voll. Superpersonal. Genau das wollte ich auch nochmal anmerken. Die waren alle so korrekt. Das hat man ja auch schon mal ganz anders mitgekriegt, dass da irgendwelche fiesen Kontrollen waren oder dass das ewig lange gedauert hat, bis alle eingelassen wurden. Und dieses Mal waren die alle voll korrekt da. Ja, und halt auch Barpersonal da. Die haben wirklich auch geflüstert bei der Bestellung aufnehmen und so. Und die haben sich schon vorbildlich verhalten. Und die wurden gut geschult von Brian auf jeden Fall. Ja. Ja, das ist auch cool, weil ich glaube, dass manchen Leuten fehlt dann vielleicht auch so ein bisschen das Verständnis, dass da halt, da werden ja Videos aufgezeichnet, ja. Und deswegen sollte man schon gucken, dass man da, auch wenn, also es ist natürlich klar, dass die damit auch ihren Umsatz machen und dass sie weiter Getränke verkaufen müssen. Aber während der Battles müssen die natürlich versuchen, so ruhig wie möglich zu sein. Ähm, es hat auch, glaube ich, weitgehend ganz gut geklappt. Es war halt immer dieses standardmäßige Leiter, halt irgendwelche Flaschen umwerfen oder irgendwie gab's, ich glaub, die hatten so, so kleine Plastikpinneken oder so, kann das sein? Die irgendwie, die haben sich fast angehört wie so Tischtennisbälle, wenn die auf den Boden gefallen sind, das war auch. Zweimal, zweimal ist das passiert, Alter, oder? Einmal hört man's auch richtig gut im PPV, ich glaub, bei Heidings schon gegen Sin City, wenn mich nicht da ist. Ja, genau, das hab ich mir vorhin auch nochmal angeschaut, das ist so schief dreht sich auch so fassungslos um. Das geht, glaub ich, echt so eine halbe Minute fällt das Ding um, ey. Das war ja fast schon wieder witzig, weil das einfach viel zu lange gefallen ist, dieser Ding so, also das hat die ganze Zeit Geräusche gemacht, klack, 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 klack. Ja, das, vielleicht lernen die Leute das ja auch irgendwann nochmal, dass vor allem, wenn eine Bühne irgendwie im Raum steht, dass halt nicht die Flaschen irgendwie direkt daneben stellen oder so, weil das, ja, was erwarten die Leute, was passiert, ja, wenn die MCs da rumlaufen? Ja, normal. Mars hat das ja auch ganz schlau geregelt, so, der ist, ja, irgendwie in die Cypher gegangen und hat gesagt, ey, Leute, bitte tut mir den Gefallen, macht die Flaschen hier weg und packt sie einfach an die Bar und dann war das kurz mal, das Problem kurz mal ausgeräumt, so, ne? Ja, das macht er irgendwie immer so, der geht erst einmal gucken und dann aufräumen, so, weil dann, aber ich glaub, er regt sich auch mal ein kleines bisschen drüber auf, dass er das halt machen muss. Ja, verstehe ich. Ja, aber ja, das, das wäre eigentlich auch mal ganz cool, wenn vielleicht die Leute generell, wenn Leute in der ersten Reihe stehen, da immer ein bisschen drauf achten oder so und dann gucken, dass da halt nichts rumsteht. Aber gut, ja, ähm, lass mal über die Battles reden vielleicht, oder? So ein bisschen, also ich hab jetzt auch nicht alle Battles nochmal neu gesehen im Pay-Per-View, ähm, muss ich sagen, wobei, ähm, wir auch an dieser Stelle nochmal sagen sollten, für alle Leute, die uns zuhören, es mag durchaus sein, dass wir beim einen oder anderen Battle, also wir werden alle komplett frei reden, das heißt, es kann auch sein, dass wir Spoiler drin haben, also wenn ihr nicht wollt, dass ihr irgendwelche Sachen, die irgendjemand gesagt hat oder so, dass ihr das alles hört und mitkriegt, wir werden unten in die Videobeschreibung auch so Timestamps, ähm, reinschreiben, dass, dass ihr halt gucken könnt, wenn ihr irgendwie im Battle nicht wissen wollt, was da passiert ist, ja, dann skippt er das einfach und, ähm, genau, wir werden aber über alles reden, wir hoffen, ihr kauft euch alle das Pay-Per-View und schaut das dann auch und dann könnt ihr uns auch folgen, oder? Würde ich so sagen, weil wir können jetzt nicht einfach warten, bis das alles auf, auf YouTube rauskommt, das dauert ja auch seine Zeit, ähm. Voraussetzung für diesen Podcast ist schon, dass man die Battles gesehen hat, ähm, finde ich, also ansonsten sollte man sich nicht stören lassen, wenn man die Battles noch schauen will. Also, genau, aber damit seid ihr alle gewarnt und wer halt weiterhört, ist selber schuld. Also, nicht, dass sich irgendjemand in den Kommentaren aufregt, man weiß ja nie. Gut, ja, das Ganze ging, ging ja los mit, ähm, Pretty Shitty Jiggy gegen Palecci. Richtig. Yes, ja. Ist euch das Battle noch, wie gesagt, das ist, glaube ich, eins derjenigen, das habe ich im Pay-Per-View jetzt nicht nochmal angeschaut, ähm, das habe ich nur noch so vom, vom Live-Eindruck, habe ich aber einigermaßen stabil in Erinnerung, oder? Das war ein sehr solides Auftaktmatch, ja. Ja, finde ich. Ja, so habe ich das auch gesehen. Es ist ja auch immer eine Herausforderung, das erste Match zu machen und, ähm, die Crowd richtig einzuschätzen oder einzuheizen. Und das haben die beide ganz gut gemacht, fand ich. Genau. Also, war, war ein eher, eher witziges Battle, ne? Ja. Das war auch ein ziemlich smartes Match-Up, oder? Kann man schon so sagen. Also, ich meine, die waren ja auch beide, ich meine, gut, von Palecci so super viel hatte man von ihm ja noch nicht gesehen. Er war ja hauptsächlich durch das Breakthrough-Turnier, ähm, bekannt, wo er, glaube ich, die erste Runde gewonnen hat und dann in der nächsten ist er, glaube ich, äh, ausgeschieden, ne? Genau. Er hat den zweiten ausgeschieden, glaube ich, gegen Tollschock, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau. Ich glaube auch, ja. Und, ähm, danach hat er ja noch ein Du-und-deine-Lines-Battle in, wo war das? In Ludwigshafen, glaube ich, gegen Barretta, wenn ich, ja, ich glaube, gegen Barretta. Ja, und er ist ja auch, also, wenn ich das richtig in Erinnerung hab, weil bei dem zweiten Breakthrough-Event war ich ja auch live da, äh, in der Panke in Berlin, ähm, und da ist er jetzt auch, glaube ich, nicht rausgeflogen, weil er nicht irgendwie gutes Material gehabt hätte, sondern hauptsächlich auch wegen Textunsicherheiten, ne? Genau. Die hatte er, ja, dieses Mal gar nicht, ne? Genau, fand ich auch. Also, der hatte die da jetzt nicht gehabt. Ähm, eine Sache, die mir aber aufgefallen ist, und stimmt, das wollte ich im Pay-Per-View unbedingt noch mal gegenchecken, ähm, hab ich jetzt aber nicht, deswegen kann ich das nicht bestätigen, aber kam euch das auch so vor, dass seine Runden schon deutlich länger waren als die von Pretty Shitty Jiggy? Ja, ich hab's auch im Judging gesagt, dass mir das aufgefallen ist, dass er auf jeden Fall viel mehr, ähm, und länger gerappt hat. Und, äh, das ist, war dann auch so ein bisschen ausschlaggebend fürs Judging, da, äh, man einfach ein bisschen mehr im Gedächtnis hatte und, und auch vielleicht wegen der Länge das Gefühl hatte, als wäre er dominanter. Ja. Oder? Aber hast du da, also, wie hast du das, ähm, ich weiß grad gar nicht mehr, hast du, du hast es aber an ihn gegeben auch, oder? Ähm, ja, ich glaube, es ging 5-0 an Pagliacci. Okay. Obwohl Pretty Shitty Jiggy auch dope war, so, ne, ähm, ich mag auch bei dem, ich mag auch bei dem seine, seine, seine Attitüde so, dass der, der schießt auch gerne gegen alle anderen und zeigt immer jedem den Mittelfinger und scheißt halt immer so ein bisschen auf jedem, der ihn da angeht oder reinquatschen könnte, so, das find ich eigentlich immer ganz witzig bei dem. Ja, der hat auf jeden Fall so eine No-Fucks-Given-Attitude, ähm, feiere ich eigentlich schon auch, ja. Der, der kam mal in, ähm, in Frankfurt oder so, kam mal zu mir an und sagte, ey, was ist denn mit dem BAB-Match? Und ich so, ähm, du, keine Ahnung, frag mal, Jarambo oder Merlin, die machen das, ich bin da nur der Host. Und er so, ja, habt ihr auch einen guten Host? So. Bevor der sich überhaupt vorgestellt hat oder sonst irgendwas, Alter. Alles klar, vielen Dank, ciao. Ja, straight, ne, straight. Ja, aber dabei ist das eigentlich ein mega korrekter Kerl oder ich weiß nicht, ich hab auch in, in Kassel, hab ich den, glaub ich, das erste Mal so richtig kennengelernt oder irgendwie kurz mit dem gequatscht oder so und, ja, auf jeden Fall ein mega korrekter Dude. Ja, ja, voll, voll. Ähm, er hatte mir gesagt, dass, äh, die Vorbereitungszeit ein bisschen schwierig war und, ähm, er kurz vor knapp irgendwie erst fertig wurde und ich glaube, deshalb, äh, war die, die Rundenlänge unterschiedlich auch, weißt du? Okay, okay. Gute Runden können gerne sehr, sehr lange gehen und dann Leute, die haben's lieber kurz und knackig. So, hast du irgendwie ne, ne, ne favorisierte Rundenzeit, die du am liebsten auch bei deinen Battles irgendwie ausmachst? Äh, ja, also für meine Battles, ähm, hab ich einfach mitgekriegt, dass die, die Runden, die immer so drei Minuten gehen ungefähr, äh, dass man da fast immer, ähm, alles reinpacken kann, was wichtig ist und wenig Füller braucht. Wenn ich länger schreiben muss, dann, äh, passiert mehr drumrum irgendwie, was ich hier am liebsten streichen würde. Mhm. So, deswegen, also ich, ich finde eigentlich fast kürzere Runden meistens immer besser, äh, es gibt da auch immer auch ganz andere, auch in meinem Freundeskreis, die, äh, gerne auch mal ein bisschen überziehen. Ja, aber das ist genau so mein Empfinden, dass, äh, bei längeren Rundenzeiten halt automatisch dann irgendwelche Filler drin landen und, ähm, die ein Battle dann in der Regel nicht unbedingt per se aufwerten. Genau, ja, also es gibt da auch, ähm, ja, sorry, ja. Ich meine, also ich hab, weil ich den Kommentar jetzt halt auch öfter mal gelesen hab unter einigen Battles, die halt irgendwie kürzer waren, also es gibt ja Battles, die haben einfach kurze Runden und sind aber trotzdem mega on point und einfach gut, ja, also ich weiß nicht, ich fand jetzt zum Beispiel auch die, die, die letzten Mars-Battles, also einmal das gegen Kreis und jetzt auch das gegen Wolf, die hatten beide, glaub ich, nur so um die zwei Minuten Runden. Ja. Und, ähm, waren deswegen auch immer in den Pay-Per-Views halt extrem kurze Videos, aber dann gab's eben auch manche Leute, die meinten so, ja, es könnte für meinen Geschmack auch gerne ein bisschen länger sein. Und ich glaub, was die Leute aber dann oft übersehen ist, ähm, diese extra Zeit in den Runden, die muss ja irgendwo herkommen. Also diese, wenn du jetzt sagst, machst die Runden statt vielleicht zwei Minuten, irgendwie zweieinhalb Minuten oder so, diese 30 Sekunden müssen ja irgendwo herkommen mit Material. Und das heißt, entweder nehmen die MCs dann Material rein, was sie eigentlich aussortiert haben, oder sie müssen sich halt dann nochmal neues Material ausdenken, wenn sie das halt auf dem selben Niveau haben wollen, wie das vorher. Und das dauert dann wieder auch wieder länger in der Vorbereitung. Also, dann kann es halt heißen, dass sie auch vielleicht weniger Battles annehmen, weil die dann eben mehr Zeit brauchen, um sich auf ein Battle vorzubereiten. Ja. Also, ich versteh schon den Punkt, wenn Leute sagen, ey, das Battle war so geil, das hätte für mich noch zehn Minuten länger dauern können. Ähm, so hab ich auch sehr lange gedacht. Aber eben, ey, macht mal noch den Gedanken, ob es dann wirklich auch gleich geil bleiben würde, wenn es noch zehn Minuten länger dauern würde. Ja, also, wir wurden ja auch schon mal eines Besseren belehrt. Ich meine, die sieben Minuten Runden von Cynic und Bong Taggy haben, glaube ich, auch keinem wehgetan, irgendwie. Nee, nee, klar. Das war ja super geil. Ich hab zum Beispiel mal in meinem Virus-Battle gemerkt, da haben wir uns auf zwei Minuten Runden geeinigt und sollten eigentlich auch nicht überziehen, dass ich nach zwei Minuten Rappen dann erst so ein bisschen warm gelaufen bin und eigentlich dann gerne nochmal so zum Rundenfinale übergegangen wäre eigentlich. Also, wisst ihr, was ich meine? Da wäre gerne, also, so selber im Gefühl hatte ich dann, als müsste ich eigentlich noch ein bisschen weitermachen. Okay. Aber, naja, das ist, naja, immer unterschiedlich, eine Sache der Vorbereitung. Naja, also, auf jeden Fall, ich bin der Meinung, man sollte sich nicht irgendwie auf eine generelle Rundenlänge einigen, so. Es gibt Battles, da ist es legitim, wenn man drei oder fünf Minuten Runden macht, aber bei den meisten würde ich schon eher kurzere, knackige Runden bevorzugen. Schön, so eine Unlimited-Desaster-Runde, Alter, schön eine halbe Stunde. Ah, boah, was, halbe Stunde gegen Soul Kahn, ey. Und vor allem, das Ding ist ja, der hat ja selber auch, ey, das ganze Battle ist halt so lang wie ein verdammter Film, so. Wie ihm einfach so, wie ihm einfach nach 20 Minuten einfällt, dass er ja noch ein Gimmick dabei hat, Alter. Und dann, ach ja, das hatte ich ja auch noch, guckt mal, ich habe etwas vorbereitet. Ja, das ist einfach zu krass, ey. Vor allem, das Ding ist, es gibt ja so viele, allein schon da in dieser KOTD-Fangruppe oder so, da gab es so viele Leute, die so lustige Sachen erzählt haben von dem Event, wo auch einer meinte so, ey, ich bin nach Hause gegangen ficken. Und dann wird wiedergekommen und die waren immer noch am Rappen, so, weißt du, also. Ey, ach, keine Ahnung, das ist richtig, naja. Ja, aber genau, das sollte ja nicht das Vorbild sein und das ist ja auch aus Fansicht, das ergibt ja überhaupt keinen Sinn, das will ja keiner sehen. Doch, ich will jetzt endlich mal den ersten, den ersten Deutschen sehen, der eine Dreiviertelstunde-Runde macht. Los, los. Ja, es kann eigentlich nur Damien Davis werden, ne? Ich denke, Merlin macht's, Alter, Merlin macht's. Oder Merlin. Ja, also Merlin gegen Damien Davis, genau sowas. Und dann, ähm, ab dafür, ja. Ich meine, Damien Davis hat doch auch schon, das war, gegen wen hat der da nochmal, gegen Greg Pipe war das, ne? Viertelstunde seine letzte Runde oder sowas. Viertelstunde, ey. Gut, ich meine, ist das nicht auch die gewesen, wo er in die Crowds reingestiegen ist und dann sich hat tragen lassen? Also, ich meine, es dauert ja auch eine Weile, bis er, keine Ahnung. Also, ich find das auf jeden Fall nicht erstrebenswert und es ist keine Richtung, in die das gehen sollte. Wie gesagt, für mich lebt so ein Battle halt auch von dieser Dynamik und von diesem Hin und Her. Und das ist einfach, find ich, cooler, wenn man irgendwie die kurze, konzentrierte Runde von der einen Seite hat und dann geht das zu der nächsten Seite. Das wird dann auch nicht langweilig zum Gucken. Das ist auch, wenn man dann halt da steht bei dem Event und, äh, schon so ein paar Battles in den Knochen hat, dann, ähm, ja. Es ist, glaub ich, immer besser, wenn die so schneller und dynamischer sind. Das ist so meine, meine Fansicht zumindest. Ja, voll. Es kommt vielleicht aber auch immer ein bisschen auf Style an, so, weißt du. Weißt du, der Master kann das zum Beispiel, das super gut verpacken, kurz und knapp, kompakt und alles Wichtige drin. Aber so ein Chris Kotzen hat, ähm, für mich jetzt zum Beispiel im Rob's Cure Battle, äh, fast zu wenig gemacht, so, weißt du. Der bräuchte vielleicht eine drei, vier Minuten Runde. Bei dem Style, ähm, das sind natürlich jetzt auch gegensätzliche Pole, so, aber da ist es wieder was anderes, so. Genau. Stimmt, der, der lebt halt, der muss Atmosphäre aufbauen und wenn er das nicht schafft, dann, ähm, verliert er was, ne, an seiner, an seiner Performance, so. Genau, Farbiger hat doch das gegen, äh, Papi Schlauch auch so, ähm, thematisiert quasi. Also, hey, äh, Papi wollte nur irgendwie zwei Minuten Runden oder so, ähm, wie es dann weitergeht, hörte er dann in der nächsten Runde und so, äh, ja. Weiß nicht mehr ganz genau, wie er es aufgebaut hat, aber, ähm, es ging dann in jeder Runde am Ende quasi darum, hey, äh, ich hätte euch jetzt gerne noch mehr erzählt, aber leider ist die Runde zu Ende und, naja. Ja, da gibt's auch die... Farbiger sollte unbedingt auch endlich zurückkommen, ne, also richte ihn das mal auf, bitteschön. Dem gehe ich auch immer auf den Sack. Ja, da muss auch unbedingt zurückkommen. Ja, aber der Kotzen hat doch auch die legendären Lines gegen Wandelbars, wie er sagt, so, oh, und jetzt schon Time, so, ne. Ja, genau, genau. Ja, was, was hatten die, 90 Sekunden oder so, ne, glaube ich. Ja, das war so, war da nicht kurz, ja. Ja, genau, wir sind so undankbar. Auf jeden Fall aber dann immer blöd, ich meine, das kann man, glaube ich, jetzt nochmal festhalten, um nochmal wieder den Bogen zu schnappen, wenn, wenn man eben dann so ein Battle hat und eine Seite rappte eben merklich länger als die andere, ja. Ja, also wenn man dann zum Beispiel schon eine Rundenzeit ausgemacht hat und entweder eine Seite hält sich dann nicht ganz dran oder so, weil sowas, finde ich, ist dann immer blöd. Ähm, hat es ja in der Vergangenheit auch schon öfter gegeben, ja, dass dann irgendwie einer zum Beispiel die dritte Runde mega krass überzieht oder so und dann, ja, keine Ahnung. Also wie glaubt ihr beim, müsste man beim Judging dann stärker auch noch darauf achten und sowas, also für sowas dann auch Punkte abziehen oder wie würdet ihr sowas werten, wenn es halt unausgeglichen ist zwischen beiden Kontrahenten? Ach, ich finde das ein bisschen schwierig, so generell zu sagen, ähm, wenn jetzt irgendwer wirklich etwas auf dem Herzen hat, was er aussprechen will, dann soll er sich auch die Zeit dafür nehmen. Ähm, aber jetzt einfach nur, ähm, der Diskreditierung des Gegners willen, äh, die Minuten irgendwie, äh, die Runden um eine Minute zu strecken oder so, finde ich dann schon auch ein bisschen lame. Ja, weil dann nicht mehr der, der Vergleich gegeben ist, ne, du schaffst einfach ein, das ist nicht mehr gleichmäßig so und, äh, wenn du dich vorher mit dem Gegner beschließt oder wenn du vorher mit dem Gegner beschließt, dass hier nur drei Minuten rappt, dann halte ich auch daran, weil sonst ist es, sonst cheatest du ein bisschen vielleicht so, weißt du? Ja, das ist halt unfair. Genau, wenn ich beim Darts drei Pfeile mehr habe, kann ich halt auch 180 Punkte mehr machen, so. Ja. Ja. Jo, äh, wir sind immer noch beim Eröffnungsblock, oder? Ja. Ja, dann kam nämlich, oder dann kam schon die traurige, war das das, das zweite? Ja, genau, 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 Olio gegen Snackhead Rhyme. Ich habe mich so sehr gefreut auf Olio, weil das so einer meiner geheimen Favorites ist eigentlich. Ich mag den voll, wie der battelt. Ich, äh, ich liebe sein Battle gegen CP und auch das gegen Kato fand ich super. Und ja, war dann sehr, sehr schade, was daraus geworden ist, leider. Ja, war das auch gegen CPE mit diesem richtig schönen DJ-Scheme da drin, oder? Glaube ich. Mit so einem Katz im Hinterhof und so. Ja, ja, stimmt, ja. Ja, ich glaube, das war gegen CPE. Bin ich ab nicht ganz sicher. Ja, und da sieht man eben auch, dass der eigentlich super viele Facetten abdecken kann, ne? Weil der hat auch immer so einen leichten Assi-Style, aber dann eben auch gute Reime dabei. Genau. Er ist einfach ein unfassbarer Rapper, so, ne? Der hat halt auch immer noch diese Rapper-Aura. Er schreibt auch immer noch so ein bisschen runter, so, ne? Und, äh ... Eine geile Stimme auch. Ja. Ja, und man muss halt auch einfach sagen, ich meine, er kriegt ... Waterboarding, Platsch, Platsch! Ja, und er kriegt auch immer aufs Brot geschmiert, ja, dass er dann so wenig am Start ist, aber eigentlich kann man das halt auch umdrehen und kann ihm zugutehalten, ne? Weil man muss halt sagen, keine Ahnung, vielleicht ist er ja irgendwie nicht drauf angewiesen, da jetzt irgendwie viel zu battlen und vielleicht hat er nur hin und wieder mal Bock drauf und ... Aber jedes Mal, wenn die in Kassel sind, ja, dann steht er da und repräsentet seine Stadt und hält für Kassel die Fahne hoch, ne? Das ist auch irgendwie eigentlich was Cooles, also wofür man ihm schon viel Respekt geben muss. Genau, ich glaube, er hat auch jedes Battle in Kassel gemacht, außer dieses eine Unbeat-Battle gegen Indus, der war in Leipzig und ansonsten, glaube ich, immer in Kassel. Ja, also was passiert ist, ich weiß nicht, für die Leute, die das Battle noch nicht gesehen haben, der Oleo hat einfach drei Runden ein bisschen reingeschissen irgendwie und hat seinen Text nicht mehr gefunden und drei Runden lang gechokt. Ich habe dann nachher noch mit einem Kollegen vom Oleo gequatscht und der wollte ihn, glaube ich, nicht verteidigen oder wollte keine Entschuldigung dafür suchen, aber er meinte, der Oleo wäre wohl extrem krank gewesen, drei Wochen davor und die Vorbereitungszeit wäre wohl schwierig gewesen. Er hätte sich aber wirklich vorbereitet. Also es waren irgendwie die Umstände, die ihn dazu gebracht haben, wohl eher. Denn, naja, wir kennen ihn ja, eigentlich reißt er ja immer ganz gut ab, wenn er da ist. Ja, genau. Ja, ich fand eigentlich auch, er kam ja mit in, also in der ersten Runde, dann kamen ja schon, glaube ich, auch so drei, vier Reime oder so, so ein, zwei Bars und da habe ich schon gedacht, so, ey, es geht in eine gute Richtung. Ja, die, das hat mir auch schon wieder vollgefallen, wie der eingestiegen ist und dann ging es halt direkt, ja, dann war es einfach weg. Ähm, und ja, es ist halt schade, weil da hat er mir eigentlich auch nur noch leid getan. Das ist ja auch so aus, also aus Crowdsicht, das ist mega unangenehm, einfach Leuten beim Choken zuzugucken, weil du auch siehst, dass die das selber total abfuckt. Aus MC-Sicht ist es noch schlimmer. Ja, das stelle ich mir auch vor, ja, klar. Ja, vor allem, ich meine, du kennst die Situation ja selber. Ich meine, klar, du hast auch schon mal selber gechokt, aber du hast ja auch das Battle gegen Fischer gehabt, ja. Ja, genau, du weißt es ja auch, wie es ist, da passiv dabei zu stehen und zusehen zu müssen in, hat nicht auch Snakehead Rhyme dann noch gesagt, Lüri, ich fühl dich, oder so? Ja, Bomben, Konter, ordentlich. Ja, genau, Lüri, ich fühl dich, hat er gesagt, ja. Ja, super, Konter auch. Für ihn tat es mir halt auch ein bisschen leid, weil ich weiß ganz genau, dass diese unangenehmen Battles dann einfach auch nicht mehr so viel geschaut werden und seine, die Leistung, die er gebracht hat, dann natürlich auch so ein bisschen untergeht. Ja, natürlich. Ja, voll. Aber wir können ruhig mal über ihn quatschen irgendwie. Ich fand den, ich finde den Snakey super, aber an dem Abend hatte er auch nicht seine Bestleistung, fand ich. Nein, er wirkte so ein bisschen fahrig und ein bisschen unkonzentriert irgendwie, also ich weiß nicht, ob das nur mir so aufgefallen ist, aber irgendwie hatte ich den schon auch deutlich konzentrierter und fokussierter live gesehen. Ja, also ich will nicht sagen, dass es schlecht war, aber naja, die Battles davor waren einfach doper, aber das ist ja mal so, mal so. Das ist ja so. Trotzdem weitermachen, guter Typ. Ja, also ich hatte den vorher, glaube ich, auch nur einmal live gesehen gegen, genau, das war auch an dem Event, wo, Co-Event war das, wo der gegen Karanova gebattelt hat, wo die Main-Event waren und da fand ich ihn richtig dope. Ja, das war super Battle, ey. Das war echt super, ja. Und genau, ansonsten muss ich halt sagen, also ich verstehe halt, dass es Leute gibt, die seinen Style auch total feiern und ihn als Person auch irgendwie total feiern. Mich catcht das halt nicht ganz so, aber das ist halt auch nur eine Geschmacksfrage, also das, also ich will mit keinem Wort sagen, dass der nicht irgendwie gut sei oder so, also von daher, ja, würde ich das unterschreiben, also weitermachen auf jeden Fall. Und es gibt natürlich Platz für ihn, also soll er sich, und wenn es ihn nicht geben sollte, soll er sich denn nehmen. Einfach auch irgendwie merkwürdiger Charakter, kommt mit seiner Becky-Hose da, hat so ein Bandana aus der, aus der Hose raus, irgendwelche Tattoos hinterm Ohr, kurze Haare und macht dann sein, sein Ding da irgendwie. Du musst so ein bisschen schmunzeln, Alter, der kann schon was. Also ich, ich feiere ihn voll, ich feiere seinen Humor, ich, ich feiere seine Attitude, ich, ich mag Snackhead Rhyme voll, muss ich schon sagen. Und ich finde auch, wenn das jetzt nicht seine beste Leistung war, finde ich, kann man den schon weiterhin auch auf, bei Dilti-Events buchen. Na klar. Also, ja, absolut. Ja, ich glaube aber, das sieht auch, glaube ich, niemand wirklich anders. Also es gibt ja auch genügend Leute, die, die ihn halt feiern und ihn auch fordern oder sich freuen, wenn er auf dem Flyer steht. Also deswegen denke ich auch, also das wird ihm jetzt auch keinen Dämpfer verpasst haben. Ist einfach, wie Lüri Gott gesagt hat, ist halt schon, ist halt einfach schade, weil das jetzt ein Battle ist. Also die Leistung war jetzt so ein bisschen für die Füße, ja. Keiner wird sich das wirklich nochmal angucken. Und ich weiß, wie, wie bist du damals umgegangen mit diesem, hast du nicht deine Parts nochmal von dem Fischer-Battle irgendwie separat nochmal released oder so? Oder träume ich das gerade? Ne, das war nur das Jotti-Battle. Das Jotti-Battle, das gesperrt wurde. Genau. Weil das gesperrt wurde, ja. Ja, ich weiß nicht, das gucken sich Leute wirklich nicht mehr an, weil es ein bisschen unangenehm ist und die Leute einem leidtun vielleicht. Das guckt man sich, wenn nur, aus Gehässigkeit an. Und deswegen ist es einfach schade um das Match. Aber Oleo soll nicht den Kopf in den Sand stecken, Alter, der soll jetzt Arsch hoch, dann beim nächsten Mal wieder besser und dann ist alles wieder vergessen. Genau meine Meinung, Mund abwischen, weitermachen. So nämlich. Ja, und der ist ja auch, wie gesagt, also ich habe jetzt auch relativ wenig, also von allem, was ich so an Feedback jetzt gesehen habe zu dem Battle, glaube ich, gab es jetzt relativ wenig Häme und Schadenfreude. Also so ein paar Vollidioten sind halt immer dabei, aber ich glaube, die meisten wissen halt auch schon, was sie an Oleo haben. Und deswegen denke ich mal auch, dass jetzt keiner, also wenn er nochmal kommt, dann werden sich auch alle wieder freuen, dass er auf dem Flyer steht, denke ich. Und genau. Das Gleiche gilt für einen Fischer. Ja, was ist bei dir so durch den Kopf gegangen, als es losging, da mit dem, als er angefangen hat zu choken? Ja, man beißt sich immer so auf die Lippe und drückt seine Fäuste zusammen und hofft, dass es weitergeht irgendwie einfach. Mir tut das immer nur leid für die MCs, so weißt du, keiner macht das extra. Das Ding ist, ich habe ihm einfach auch, also ich habe mir eingebildet, ihm angesehen zu haben, dass er so aufgeregt wurde, weil er gerade chokt und das hat ihn dann gehindert, den Text wiederzufinden, so weißt du. Also dann schlägt dein Herz plötzlich in der Brust und du wirst heiß, Alter, und plötzlich merkst du ja erstmal, wie viele Leute um dich rumstehen. Ich habe das einfach nur beim Cynic Battle gemerkt irgendwie, wo ich so schlecht vorbereitet war und da auch plötzlich am Stumble war, wenn du normalerweise in so einen Ring gehst, da siehst du die Crowd gar nicht, weil du einfach irgendwie in deinem Film bist und die stören dich gar nicht. Aber wenn du plötzlich eine Unsicherheit hast, plötzlich habe ich da einfach in tausend mich anblickende Gesichter geguckt, so weißt du, ich habe jeden Einzelnen gesehen sozusagen und dann wirst du einfach noch aufgeregter und dann blockiert dein Hirn auch und dann findest du irgendwie den nächsten Part vielleicht auch nicht mehr. Wenn du Glück hast, vielleicht doch, aber ja, nasty, don't choke. Ja, wie siehst du das eigentlich mit, also ich meine, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen ironisch, halt dich zu fragen, weil ich glaube, du hast das ja irgendwie losgetreten mit diesem, ey, mach mal Lärm. Ja, stimmt. Um das Battle nochmal zu retten, aber ich weiß nicht, wir hatten auch, letztens als Taggy halt hier war, haben wir mit dem auch nochmal drüber geredet, weil es auch halt viele Fans gibt und ich meine, also ich zähle mich auch so ein bisschen dazu, so ich sehe das auch immer ein bisschen skeptisch. Also ich kann auf der einen Seite verstehen, dass man das Battle retten will damit, aber ich will halt fürs Choken eigentlich auch nicht so richtig Lärm machen. Ich verstehe das, ja. So dass, ähm. Ja, vielleicht solltest du einen MC auch nicht dafür belohnen dann, ne? Ähm, allerdings ist es vielleicht nur eine kleine Räuberleiter, damit es weitergeht, so weißt du, im Endeffekt hat er jetzt den Punch weg bei den Judges, bei der Crowd, so weißt du, jeder weiß, er hat jetzt gechokt, bevor es gar nicht weitergeht, hilft das manchmal, ähm. Ja, genau, genau so sehe ich eigentlich auch. Aber ich weiß schon, was du meinst, so weißt du, weil, ähm, Choken darf einfach nicht sein, so weißt du, wenn du ein Rob's Q nimmst, dem ist das eigentlich noch nie passiert, so weißt du, und das ist ja eigentlich so, wie es sein muss, fast. Ähm, und wenn du chokst, dann bist du halt raus. Ich weiß, ich kann mich noch an Zeiten erinnern, bei URL irgendwie da, äh, war das Battle vorbei, wenn einer gechokt hat, so weißt du? Ja. Wenn die sich kurz versprochen haben, wenn zwei Sekunden irgendwie einfach nichts mehr kam, dann war vorbei, Game over, zack, ciao. Ja, ich hatte da ja auch mal mit, ähm, jetzt, das war glaube ich auch nach der Kassel Session oder so, auch mit Mars nochmal kurz drüber gequatscht, wo der halt auch meinte, ich weiß nicht, also ob ihr euch noch an das, ähm, Battle, ähm, da wart ihr auch, glaube ich, beide live da, ne, wo, ähm, wo er gegen, gegen Rob's Q gebattled hat, und da gibt's ja auch diese, in seiner ersten Runde oder so, hat er auch irgendwie so einen Stumbler drin, das war, glaube ich, auch das erste Mal, dass ihm das passiert ist, dass er sich so verhaspelt hat und dann nochmal irgendwie das Wort nochmal neu anfangen musste oder so. Ja. Ähm, und da haben irgendwie die Judges tatsächlich sogar am Ende bei der Entscheidung quasi das gegen ihn ausgelegt, ja, dass gesagt, ey, da hast du halt rumgestumbelt und so und das gibt dann irgendwie Punktabzug. Ja, ja. Ähm, also habt ihr das Gefühl, aber das ist so ein bisschen, ein bisschen lascher geworden, irgendwie diese Kriterien, also dass MCs das jetzt mittlerweile viel schneller verziehen wird, wenn, wenn man gechokt wird, also das gibt ja schon auch jetzt in der Vergangenheit viele, viele Battles, wo das Leute dann irgendwie jetzt nicht so krass gestört hat oder wo dann auch später Fans irgendwie sagen, ähm, keine Ahnung, ich denke jetzt an so Leute wie Steinschleuder zum Beispiel, dass so, ja, es war blöd, dass er gechokt hat, aber irgendwie war das Material trotzdem noch gut und deswegen ist es irgendwie nicht so schlimm oder so. Ey, ähm, ich, also ich sehe das nicht so, ich denke, das wird immer irgendwie bestraft oder oftmals so, weißt du, auch wenn ich das in der BAB sehe, wenn da ein MC gechokt hat, der sich vielleicht durch Lärm wieder retten konnte und dann weitergemacht hat, dann ist das okay, aber trotzdem gibt es Minuspunkte für den Choke. Genau, also ich sehe, ich sehe das Lärm machen jetzt, ich sehe das Lärm machen jetzt auch nicht als, äh, als, ähm, Feiern des MCs, eher so, äh, ähm, wie soll ich das vergleichen, vielleicht mit einem Fußballspieler, der ein Eigentor gemacht hat und dann von den Fans, äh, aufgemuntert wird mit Applaus, ne, wisst ihr, welch ich meine? Gutes Beispiel, ja. Und, ähm, aber dennoch bin ich auch, äh, bekanntermaßen, wie man das in Kassel dann auch in einem Battle gehört hat, ähm, jemand, der, äh, Jokes schon auch bewertet in den Judgings und, ähm, auch relativ, äh, wie soll ich sagen, ne, also, ja, genau, relativ hart bewertet, also, wenn man chokt, ist das schon ein echt harter Minuspunkt, da muss man dann schon, äh, muss beim Gegner schon auch irgendetwas schieflaufen oder so, dass man es dann für mich noch holen kann. Es kommt vielleicht auch auf den, den Charakter an. Ich glaube, einem, äh, Josef Steinschleuder wird, äh, das irgendwie eher verziehen als jemand anderem noch, so. Ja, aber warum? Also, warum? Ja, das weiß ich nicht. Vielleicht ist das einfach die Wahrnehmung des einzelnen Characters, so, weißt du? Oder, keine Ahnung. Äh, weil Leute sagen, ich wär so sympathisch, hab man mir auch schon einiges durchgehen lassen, so, weißt du? Also, das kenn ich auch sogar. Irgendwelche fiesen Stumbler-Matches, so, weißt du? Ja, klar. Ich mein, das war ja auch, glaub ich, ich weiß nicht, in welchem, in welchem Match war das denn, äh, reden wir nicht drüber. Wo das das erste Mal kam mit diesem, hä? Achso, schon gut. Ne, das war gegen, war gegen Papi Schlaf. Ich auch, glaub ich. Ah, ja, okay. Ähm. Ja, weil das... Jokey, 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 mach mal Lärm. Achso, mein, jetzt, jetzt weiß ich, was du meinst, diesen, äh, meinen, meinen Mini-Joke, so, ja, ja, okay. Ja, das ist mit, mach mal Lärm und so, und, ja. Ja, gut. Ähm, im Endeffekt ist es ja auch immer die Sache, wie du mit einem Joke umgehst, irgendwie, und das hab ich ja noch einigermaßen überspielt, so, weißt du? Und dann ist das jetzt vielleicht nicht der allerschlimmste Joke. Es ist ja eher so, wenn du einfach fuck, fuck und einfach stille kommst. Ja, genau. Mhm. Ja. Ja, du hast schon recht. Wenn du jetzt komplett aus der Rolle fällst, mit eben, ja, fuck, shit, ah, nein, das kann nicht sein, oder, äh, wäre so gut gewesen. Ja, wenn du so voll aus der Rolle fällst, dann ist das eigentlich schon wie eine Kapitulation. Ja, und trotzdem, also Lyri, du bist ja jetzt ein sehr gestandener MC, so, ähm, was würdest du sagen? Also, es gibt ja immer verschiedene Sachen, die, äh, Leute so sagen, weil du hast ja vorhin auch gesagt, bei, bei dem Synic Match zum Beispiel war es einfach nicht so richtig gut vorbereitet. Also, du wirst wahrscheinlich schon auch sagen, dass wenn man, wenn man chokt, das liegt meistens schon eher an der, an der Vorbereitung, oder? Also, man kann zumindest das Risiko so minimieren, indem man halt vernünftig, äh, probt und das halt übt. Oder kam das vom Proton, der mal gesagt hat, irgendwie so 25 Mal rappen so als Faustregel, ähm, und dann sitzt es? Ja, ich will nicht für andere MCs sprechen, wenn mir das passiert ist, dann auch wegen fehlender Vorbereitung. Allerdings, zum Beispiel in diesem Papi-Match, da war ich bombig vorbereitet und da war es plötzlich auch irgendwie weg, weil, keine Ahnung, es passiert halt manchmal so. Ähm, ja. Ich meine, wie läuft denn das dann bei dir? Also, zum Beispiel, kannst du irgendwie grob abschätzen, wie oft du halt einen Text mal irgendwie durchgehst, bevor du dann tatsächlich performst? Ja, so eine Faustregel wie Proton habe ich dann nicht. Äh, ich mache das so lange, bis ich mich sicher fühle. Aber es ist halt auch immer irgendwie, ich muss halt auch immer gucken, wie viel Zeit ich habe, ne? Wenn man nach der Arbeit sich immer hier hinstellt und jedem Möbel anbrüllt, ähm, muss halt auch immer gucken, wie viel Zeit dir bleibt, so, ne? Und dann, äh, ich bin eigentlich auch bei jedem Match ungleich gut vorbereitet. Mal so, mal so. Ganz anders als zum Beispiel ein Mars, habe ich immer das Gefühl. Der ist immer top vorbereitet oder ein Rob Skewer. Ne? Mhm. Naja. Ja. Also, ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, was, also, ich meine, das sind ja auch alles, also zumindest jetzt, ich kann ja auch nur ein bisschen halt, also die DMCs, bei denen ich das so ein bisschen mitkriege oder die ich halt kenne, ähm, da merkt man aber auch schon, dass die natürlichere Matches auch unterschiedlich stark, ähm, stark gewichten. Also jetzt, wo du Mars zum Beispiel angesprochen hast, der hat ja, wann war denn das, letztes, vorletztes Jahr oder so? Ne, vorletztes Jahr jetzt, wir sind ja schon 2020, ähm, wo er zum Beispiel auch bei der, bei der luxemburgischen Liga, ähm, gebattelt hat. Ja, das war, da hat er ja Battle gegen Zepter gehabt und da weiß ich, hat er super wenig Zeit eigentlich, also für seine Verhältnisse zur Vorbereitung gehabt und das sieht man halt im Match auch an, ja, also. Ja, das stimmt. Ja, da hat er ja auch noch auf dem Weg fertig geschrieben oder so, nicht? Ja, ne, also fertig geschrieben war es halt wohl, aber, ja, also man hat das halt ein bisschen vorher beim Durchgehen halt gemerkt, dass es halt nicht so richtig, äh, sicher sitzt, ja, und da muss er sich quasi auf der Fahrt so ein bisschen warm rappen, ja, damit das irgendwie einigermaßen dann sitzt, aber, ja, ich mein, so, keine Ahnung, so Situationen gibt's dann halt wahrscheinlich und da muss man eben gucken, dass man irgendwie das Beste draus macht und, ja, in dem Fall ist es halt das, was es ist, aber ich glaub, das ist ja auch legitim, wenn MCs dann selber da Prioritäten setzen und sagen, gut, jetzt vielleicht, was weiß ich, Battle gegen Zepter, das wird halt insgesamt vielleicht dann doch nicht so super viele Views kassieren, wie jetzt, was weiß ich, irgendein Battle gegen Rob's Cure zum Beispiel oder so, ja. Ja, ähm, werden wir bei der Castle-Session dann weitermachen, wie ging's denn, ach genau, und dann kam schon das, ähm, ah, jetzt wird's spannend, ja, das, dann kam nämlich das, äh, Breakthrough, eigentlich Spiel um Platz drei, aber manche sagen insgeheim so Secret-Finale, Hiding John gegen Sin City, nämlich beides die Charaktere, die eigentlich so nach den ersten Runden, kann man schon sagen, vielleicht nach der ersten Runde in Berlin oder vielleicht auch nach der zweiten, wo viele gesagt haben, das sind wahrscheinlich eher so die Favoriten fürs Finale und dann hat's ja nicht ganz so kommen sollen in Frankfurt, nämlich beide dann unterlegen gewesen im Halbfinale, aber jetzt in Kassel aufeinander getroffen. Ja, genau, ja. War auch ein richtig, richtig starkes Battle, ich finde, ähm, besonders Hiding John hat sich, also ich weiß nicht, ihr wart, ihr wart beide auch in Frankfurt, oder? Ja, der war ja ein bisschen unsicher. War mega nervös, also, also kam mir zumindest vor, der hat richtig, richtig gezittert vor dem Battle und im Vergleich zu... Hiding John, oder was? Genau, genau. Und im Vergleich zu diesmal, ähm, wirkt er mega souverän und, und, ähm, und, und selbstsicher auch. Ja, voll. Der, äh, hat in Kassel seine Bestleistung gebracht bisher, vor allem nicht. Absolut, absolut, ja. Oder? Keinen Fehler gemacht, auch super rebuttelt. Ja, und die Steueridentifikationsnummer und so, da war das, war doch irgendwas, ne? Ja, richtig, richtig lustige Sachen dabei gewesen. Ja, voll. Auch gut performt. Ja. Das war ein spaßiges Match, das hat Bock gemacht. Mhm. Aber auch Sin City war sehr gut. Ja. Ja, voll. Und, äh, hast du ja auch sportlich genommen, weil du hast ja hart kassiert nochmal in der dritten Runde. Ja. Ihr beide sogar, ne? Ich hab, glaube ich, äh, mit, mit dir hat er angefangen, Lüri, ne? Glaub ich. Und dann, äh, am Ende nochmal gegen David. Warum hat er gegen dich gefeuert? Habt ihr da irgendwie... Wir haben, äh, gegen ihn gejudged. Gegen ihn gejudged. Ach, du hast auch gejudged. Okay, er hat alle erwähnt, die in Frankfurt gegen ihn gejudged haben. Ja. Ja, mei. Stimmt, Jamie hat auch gejudged, ne? Ich wär auch sauer, hätte ich das verloren, so, ne? Also, hab ich schon verstanden. Ganz schön frech. Ganz schön frech, ich weiß nicht. Ich, äh, kann man schon machen. Ach, klar kann er das machen, Alter. Ich find's halt ein bisschen, äh, unglücklich, dass es direkt, nach seinem zweiten Joke in Kassel quasi, ähm, angeknüpft hatte, diese, ähm, ja, das war ja der Schluss der dritten Runde, oder? Ja, also, das Battle, das Letzte war halt auch echt debatable, ne? Das war mega debatable. Man hätte es auch an ihn geben können. Ich hab das schon verstanden, so, weißt du? Und der war auch mega abgefuckt nachher im Backstage, glaub ich, irgendwie. Ähm, ich hab das schon verstanden. Und dann darf er auch sticheln, so, weißt du? Äh, ich, äh, hätte am liebsten auch schon mal gestichelt, wenn, gegen Judges, die meiner Meinung nach keine Ahnung haben, so, weißt du? Ähm, ähm, schon okay. Ähm, tja, tat mir auch ein bisschen leid für ihn, dass er nicht das Finale gekriegt hat. Allerdings, naja, Rob Skew hat das auch richtig gesagt, so, weißt du? Der chokt halt schon wieder zweimal, so, weißt du? Also, ist halt, ist halt schade, so, weißt du? Sonst hätte der eine Flawless-Performance da abgeliefert, hätte, wäre der wahrscheinlich auch durchs, durchs Finale gerannt, so, weißt du? Ja, absolut. Durchgebrettert. Also, ich, ich hab das auch schon in einem anderen Podcast, glaub ich, gesagt und auch mal ins Forum geschrieben. Der Typ hat für mich von den Breakthrough-Contendern safe das größte Potenzial. Ähm, aber schafft es halt nicht so, zu 100 Prozent das abzurufen. Und das ist halt schade. Also, er hat beim ersten Breakthrough-Runde, hat es super, super gut abgeliefert und dann in der zweiten war, glaub ich, schon irgendwie ein Texthänger dabei. In der dritten hat er gejokt und eine Minute lang und, äh. Ja, müssen wir jetzt aber eigentlich, ach so, entschuldige, ja. Nee, ich meine, nur in der zweiten Runde hat es aber dann für ihn halt noch gereicht, ne, weil das, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Also, da hat es mir aber auch diese Textunsicherheiten, als ich erst, weil das musste ich nämlich auch judgen. Ähm, und als ich das halt live gesehen hab und dann er auch mit so leichten Texthängern kam, hab ich auch gedacht so, oh, jetzt macht das quasi noch mal schwierig im Judging. Aber der war dann, fand ich dann doch von der Qualität der Lines und vom Style her und so, fand ich ihn dann doch so deutlich überlegen, dass ich gedacht hab, okay, das hat er auch einfach gewonnen. Genau. Und ich find, bei Turnieren ist es ja auch immer so, man darf schon, glaub ich, auch, also, natürlich muss man das Match bewerten, was man grade gesehen hat und wenn jetzt der eine verloren hat, dann hat er halt verloren, ja. Aber ich find, es ist auch ein bisschen legitim halt mit einem, so mit so einem halben Auge auch draufzuschielen, was für ein Potenzial für Entwicklung sieht man da noch und kann man von dem vielleicht jetzt nochmal ein krasses Final-Battle erwarten oder sowas, ja. Gut, aber das hat es ja bei allen Containern, oder? Bei allen Vieren, die da zum Schluss standen, so. Genau, aber das meinte ich jetzt halt bei dem, bei dem zweiten Battle, wo er gegen Mazikana oder so gebattelt hatte, da hab ich zum Beispiel auch gedacht, so von Sin City, also Mazikana hat auch eine deutliche Steigerung, aber da hab ich gedacht, okay, ich will Sin City auch irgendwo einfach weitersehen und das Battle hat mir quasi genügend Argumente geliefert, dass man das halt eben auch an ihn geben konnte. Aber in Frankfurt fand ich's halt auch, klar, es war debatable, aber der Choke war auch extrem ungünstig, ne, weil er war genau am Ende der dritten Runde, das war quasi so der bleibende Eindruck von dem Battle dann. Genau, einerseits kann ich auch verstehen, dass er, dass er den Abschluss der Runde bringen will, ähm, andererseits hab ich auch schon in einem anderen Podcast gesagt, ey, ich hätte so safe, und ich glaub, Grace hat das zu mir auch gesagt, er hätte so safe für Sin City entschieden, wenn er einfach Time gesagt hätte an dem Punkt. Aber, ähm, Newcomer dürfen sowas ja auch mal noch falsch machen, finde ich. Naja, wir müssen uns auch eigentlich gar nicht damit auseinandersetzen, was er alles so falsch macht, denn der war halt an dem Abend auch wieder dope, muss man sagen. Der hat gute Einfälle, der hat, äh, guten, spaßigen Style, halt auch so diese kurze Line irgendwie, hier hast du ein Lolli oder so, weißt du? Ja, mega, mega witzig. Alles... Ja, und der disst halt auch richtig fies, also, das ist schon, äh, ja, das ist, glaube ich, auch, der ist halt auch so eine, so eine, keine Ahnung, glotzt halt auch immer genau so, als ob du dich entweder jetzt vernünftig mit dem Battlen oder Boxen... Killer-Attitude, auch eine super Defense. Ja, aber das hat er mega gut gemacht, aber ich weiß es gar nicht, ähm, also, ich denke, Heiding John war trotzdem irgendwie dann der Autoritärere in dem Battle, der war halt noch einen Ticken pfiffiger, ein bisschen schlauer und ein bisschen, ja, ein bisschen kreativer dann. Ja, das ist halt ein ganz anderer Style, ne, den, den er so fährt, aber ich, ich denke auch, also, wenn man die halt beide jetzt direkt dann so gegenüberstellt, also, so der Style von Sin City gefällt mir halt auch irgendwie besser, ich kann mit diesem, auch mit diesem trockenen, äh, Humor irgendwie ein bisschen mehr anfangen und, ähm, auch so diese leicht pissige Art, so, mir sagt das halt sehr zu, ich finde, für ein Battle ist das, ist das dope, aber ich denke auch, wenn man beide halt da gegenüberstellt, dann, ähm, ja, also, habe ich, ich habe auch dann relativ deutlich eben, ähm, Heiding John vorne gesehen in dem Battle. Ja, aber eben, weil Heiding John einfach, ähm, ein bisschen besser war und nicht, weil Sin City jetzt extrem schlecht war. Also, es lag daran, dass Heiding John so gut war, dass Heiding John gewonnen hat. Also, wie viele Leute haben denn gegen ihn, äh, gejudged diesmal? Ähm, ich glaube, es war 3-2, glaube ich, ja. Da muss er ja, muss er ja im nächsten Battle wieder drei Leute, fick deine Mutter, rufen. Ja, äh, keine Ahnung, was nach diesem Podcast passiert, vielleicht, äh, widmet er uns eine ganze Runde oder so, mal sehen. Ja, ein Drive-By-Fund. Ja, aber das, ich meine, da liefern wir ihm ja eigentlich kein Foto dafür, oder? Also, ich meine, wir sagen ja auch, dass, äh, dass wir ihn dope finden. Er ist in City, selber. Genau. Ich meine, na, ich meine, das kann man ja auch sportlich sehen, wenn er mal gefeuert wird, weil, ich meine, das ist ja auch so, der Angriffspunkt liegt ja nahe. Wir haben ja tatsächlich halt noch nie im Kreis gebattelt und, ähm. Ich habe im Kreis gebattelt, oder? Das ist ja auch so ein Grund, warum. Hm? Ich habe im Kreis gebattelt, dass das mal erwähnt. Du hast im Kreis gebattelt. Dass das mal erwähnt wurde, ne, in der Schweiz. Hat halt nicht viele gesehen, aber es hat stattgefunden. Bei was für einer Liga? Bei einer, ähm, nicht existierenden Liga. Es waren 30 Leute anwesend oder so. Es war eher so ein Secret-Battle. Aber ich habe in einen Kreis gestanden und drei Runden abgeliefert. Ja, geil. Yeah. Ja, dann, dann, weiß ich nicht. Dann organisieren wir mal so ein Secret-nicht-auf-Video-aufgenommenes WBG-Events und dann battlen wir einfach mal alle. Und dann könnt ihr euch, könnt ihr alle nachher sagen, was? Wir haben doch schon mal gebattelt, Alter. Wir dürfen nicht judgeen. Wir haben alle schon gebattelt. Ich habe schon mal. Ähm. Ich weiß nur nicht, ob es die beste Idee war. Er hat doch dann, Jamie ist ja auch so angegangen, ne. Er hat doch Jamie auch gesagt, fick deine Mutter irgendwie. Keine Ahnung. Mal sehen, was das ist. Ja, aber ich denke, auch Jamie wird das sportlich sehen, ne. Also. Ja, natürlich, Alter. Ist doch, ist doch alles easy. Tja, dann mache ich die Kamera halt aus. Ja, genau. Tschau. Jamie filmt jetzt immer so nur den halben Kopf von Sin City. Oder die Schulter. Äh, ja. Easy. Beim nächsten Match war ein bisschen scheiße. Da hat mein Telefon geglüht. Das war, ähm, Joe Farrow gegen, gegen Tobi, ne. Oder? Das war das nächste, oder? Ja, genau. Das war das nächste. Ja. Da habe ich einfach 48 Telefonerrufe bekommen und ich wusste nicht genau, was los war. Musste rangehen, Alter. Deswegen habe ich irgendwie, habe ich den Mittelteil des Battles komplett gar nicht mitgekriegt und, äh, könnte ich mir ein bisschen den Arsch beißen. Ich habe es, äh, halt jetzt auch nicht im PPV noch gesehen, aber das werde ich nochmal nachholen. Kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, das wollte ich sagen. Ja, ey, das war auf jeden Fall ein super intensives Battle, ey. Also, äh, Tobi High, ähm, kann man definitiv jetzt auch so, äh, in die Riege der, wie soll ich sagen, so der, der, die in erster Linie durch Performance, äh, in Erscheinung treten. Wisst ihr, wie ich, was ich sagen will? Na. So David Jones, Vinci, Tobi High, Leonidas, so die, die vor allem durch Performance in Erscheinung treten. Ja, verstehe. Ja, kann man, kann man so sagen vielleicht, ja. Also natürlich auch, auch wegen Inhalt, aber vor allem auch, äh, auf die Art und Weise, wie ich auch so. Ähm, wobei ich auch beim, beim Inhalt sagen muss, ich bin mir nicht immer hundertprozentig sicher, inwiefern, also inwiefern der, der Inhalt genau Schritt hält mit der Performance. Also ich habe so das Gefühl, dass schon auch durch die, durch die Performance so die ein oder andere Line irgendwie ein bisschen aufgewertet wird, die, ich weiß, also ich muss, äh, ich oute mich jetzt einfach mal, ich fand das Battle nämlich nicht so knapp, wie alle sagen und ich habe ziemlich deutlich Joe Farrow vorne gesehen. Okay. Also ich kann, kann schon den Punkt verstehen, dass Leute sagen, so in der Performance war auf jeden Fall, Tobi High stärker, aber ich fand trotzdem, ähm, ich fand, der hat nicht so gute Angles gepickt. Ähm, teilweise, also was war das da zum Beispiel in der dritten Runde mit dem, äh, du sprichst ja gar nicht Arabisch oder so. Das war so ein bisschen, ja, und? Also habe ich, irgendwie habe ich den Punkt da nicht so ganz verstanden oder irgendwie gedickt, warum, warum das jetzt irgendwie den Joe Farrow irgendwie dissen soll. Ähm, ich meine, der ist halt in Deutschland aufgewachsen, soweit ich weiß und so, was, wo ist jetzt der Punkt, ja, dass der mit seiner Familie in der und der Sprache spricht, so, keine Ahnung. Ich meine, du heißt Tobias und wohnst auf Malle. Was, ja, keine Ahnung. Ähm, also das hat mich irgendwie gar nicht so richtig abgeholt und ich meine, der hat schon auch ein paar gute Lines gehabt. Also was war das mit dem, wenn man dich mit einem Wort beschreiben müsste, wäre es Flixbus und so. Das waren halt, äh, schon, schon richtig gute und killer Lines. So, das waren auch zu Recht Highlights. Ähm, aber insgesamt fand ich, hat Joe Farrow einfach so die deutlicheren und, ja, so einfach die Treffer auf seiner Seite gehabt und deswegen war das für mich eigentlich eine relativ klare Kiste an, an Joe Farrow, obwohl er in der Performance so leicht unterlegen war. Also habe ich das halt gesehen. Ja, so habe ich das live gesehen und als ich mir das jetzt auf Video angeguckt habe, auch noch mal. Also prinzipiell gebe ich dir halt recht. Ähm, für mich stellt sich dann halt die Frage, was wiege ich wie auf, ne? Also, ähm, die Performance war von Tobi besser. Ähm, inhaltlich fand ich auch Joe Farrow besser. Ähm, was wiege ich jetzt mehr ab? Und das ist dann halt einfach mein persönlicher Geschmack, dass ich jetzt gefunden habe, ich persönlich, dass Joe Farrows Performance nicht so, äh, deutlich unterlegen war, wie, ähm, der Inhalt von Tobi gegenüber Joe. Ja. So ungefähr. Ja, genau so würde ich es eigentlich auch sagen, ja. Also ich fand jetzt auch Tobi in der Performance nicht so viel stärker wie halt, ähm, Joe, aber stärker war im Inhalt meiner Meinung nach. Also, ja. Das ist aber auch, wie gesagt, nur mein Eindruck. Ähm, aber ja, ich meine, ich kann schon auch verstehen, warum, warum viele jetzt, ähm, vor allem nach dem Mass Battle, ja, warum, warum Tobi High so viel Zuspruch kriegt. Ähm, also, ich kann das, kann das schon auch nachvollziehen. Ich kann aber auch diesen Punkt, was, was Joe gesagt hat in seinen Runden, nämlich auch so, ja, vieles von dem Style, was du machst, ist eigentlich das, was Mass etabliert hat. Und das ist ja auch das, was Mass in dem Battle ihm ja auch vorgeworfen hatte, glaube ich, in der ersten Runde oder so. Ich kann schon auch sehen und verstehen, wo das herkommt. Ähm, und finde das jetzt auch nicht ganz untreffend. Und ja, ich bin einfach mal gespannt, was da jetzt irgendwie weiterkommt von ihm. Also, wer, wenn er sich so als die nächsten Gegner pickt und, ähm, wie das Ganze halt weitergeht. Ähm, und der hat ja auch eben, also, er hat ja nicht, nicht gestumbled, nicht gechokt. Es war, war ein stabiles Battle und, ähm, ja, also von daher auch völlig zu Recht an der Stelle der Karte, wo es halt war, nämlich als Co-Main-Event. Also, es war schon auf jeden Fall das zweitstärkste Battle des Abends, würde ich sagen. Ja, ja, ich finde auch, ähm, ich glaube, ich habe auch schon ein paar Stimmen im Foren gelesen, die es als das Beste empfunden haben. Würde ich jetzt nicht. Der Goyner hat das, glaube ich, gesagt, ne? Grüße an der Stelle. Kann sein, dass es Goyner war, ich weiß nicht genau. Ähm, ja, lieber Grüße. Ähm, würde ich jetzt auch nicht so unterstreichen, aber es gab, glaube ich, schon, äh, Leute, die das am meisten gefeiert haben. So, also, kann ich auch nachempfinden. Ja, ich muss es mir nochmal reintun. Ich, äh, kann jetzt irgendwie gar keine Einschätzung liefern. Ich finde Tobi meistens ultra dope, ähm, weil er es halt genau so macht, wie er es macht. Ich verstehe aber auch deinen, ähm, Punkt, wenn du sagst, dass manchmal der Inhalt dem Overacting nicht ganz gerecht wird. Und dass es vielleicht dann zum Ende nicht so ganz puncht, wie es eigentlich sich anhört. Ähm, aber wenn er das halt auch noch macht und das kann er auch, äh, dann ist das meistens ultra dope. Oh. Ähm, Joe Farrow, ich hab leider wirklich, äh, wirklich, mich nervt's irgendwie, äh, weil ich das Match nicht richtig mitgekriegt habe. Und, ähm, leider keine Zeit hatte, mir das jetzt noch reinzutun. Aber kein Disrespekt an die Jungs, sorry. Zieh ich mir rein und schreib euch. Und schöne Grüße an Goyner übrigens. Ja, ich glaub, das ist auch, ähm, also kann man nur empfehlen, sich das auch nochmal anzugucken. Ähm, also auch jetzt hier an alle, die jetzt, ähm, trotzdem, obwohl wir gesagt haben, tut es nicht. Aber die zuhören und das Battle noch nicht gesehen haben, äh, schaut's euch an. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist ein gutes Battle. Ähm, es gab jetzt auch, glaub ich, wirklich keine Chokes auf, auf keiner Seite so. Deswegen, ähm, also es ist ein stabiles Battle, kann man sich auch, äh, häufiger nochmal geben. Also das ist ja, schon, schon interessant gemacht. Die haben sich auch beide ganz, ganz interessante Gesichtspunkte dann ausgesucht, unter denen sie sich battlen. Wie gesagt, bei, bei Tobi fand ich manche Sachen, konnte ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, wo da jetzt genau der Punch liegt. Aber, ähm, der hatte trotzdem auch echt gute Highlights, ähm, lustige Lines gehabt. Und, ja, und dann kam schon das Main Event. Ähm, ja, krass, ey. Also für mich das stärkste Battle des Abends. Das war ja mit viel, viel Spannung erwartet worden. Das war das erste Battle jetzt von Mars bei Don't Let The Label Label You, zumindest nach der Sperre. Also er hat ja eins gehabt jetzt bei der BRB im Dezember. Ähm, keine Ahnung, das wird ja wahrscheinlich in einem halben Jahr dann rauskommen. Also je nachdem wie. Ja, also an der Stelle auch, äh, kauft euch das PPV der BRB. Das lohnt sich auf jeden Fall auch. Ich glaube, die haben jetzt einen, einen vernünftigen Upload-Plan. Und das geht jetzt alles schneller. Ähm, ja. Ich glaube, bis März sind wir durch. Ja, super. Ja, ich meine, es gab ja auch relativ viel jetzt, was die halt in der Pipeline hatten, ne. Von ich meine, es ist ja auch schon, schon sinnvoll irgendwie so einen konstanten Upload irgendwie sicherzustellen. Ähm, ja. Es sind halt, es sind halt noch mehrere Faktoren, die, ähm, die das so haben kommen lassen, wie es gekommen ist. Also die YouTube-Monetarisierung fickt ganz schön. Und, ähm, ne, administrative Dinge, die geklärt werden müssen. Irgendwie, ähm, dann ist halt ganz viel Arbeit noch zu tun. Und dann bleibt halt so ein Upload auf der Strecke. Aber das wird jetzt alles wieder behoben. Ähm, ich finde es ja ein bisschen. Also YouTube-Monetarisierung ist, glaube ich, auch nicht einfach für einen Battle-Kanal, ja. Also. Genau. Es läuft ja alles so mehr oder weniger über diese Werbefreundlichkeit. Und wenn halt da in jedem Video geflucht wird, wie, äh, sonst was, wird das natürlich nicht so werbefreundlich eingeschätzt, ne. Genau. Und dann wird es demonetarisiert und dann verdient schlussendlich die BAB nichts daran. Ne, gar nichts. Ja. Genau. Ja, aber das sagen ja, glaube ich, oder hat Jamie das nicht auch mal gesagt, dass generell auch bei denen, also auch bei, bei, bei Diltilly halt bei den YouTube-Videos im Endeffekt eigentlich nur Peanuts rauskommt, wenn überhaupt. Und dass hier die Haupteinnahmen eigentlich über die Pay-Per-V-Verkäufe laufen, oder? Ja, ich denke, das ist der Fluch jeder Liga bei, bei YouTube. Also ich denke, das wird, äh, wird jeder Liga mehr oder weniger ähnlich, ja, als Problem da sein. Ja, aber dann halt auch nochmal, also sowieso der Aufruf immer, wenn ihr es euch halt leisten könnt, dann macht halt die paar Monedos locker und unterstützt halt die, ähm, die Ligen einfach durch die Pay-Per-View-Käufe, weil das, ja, ja, keine Ahnung. Ja, und ich will einfach nur loswerden, dass es keine böse Absicht ist, dass die, dass der Upload so lange braucht und das ist keine Geldgier oder sonst irgendwas. Die Dinger kommen jetzt und, ähm, dann ist auch gut. Ja, es sollte jetzt auch überhaupt kein Front sein. Nee, ich weiß, nicht gegen euch, ich lese das nur so oft in letzter Zeit, ne. Das meine ich. Ja. Also es ist jetzt halt mittlerweile so eine Art Running-Gag geworden, ne, weil klar, es ist aber auch, wenn man halt im, also wenn jetzt im Januar, dann steht auch Summerslam im Titel oder so. Ja, genau. Wenn halt im Januar die Videos kommen, dann lädt das halt die Häme so ein bisschen ein irgendwie. Ja. Ja, nee, aber auch echt, also nur, nur Liebe sowieso für die BRB. Also ich meine, ich war jetzt ja auch ein paar Mal da und man wird immer so herzlich aufgenommen irgendwie und es ist einfach eine coole Atmosphäre und ja, ich mag das einfach und Oma Doris ist sowieso auch ein doper Schuppen, also. Ja, finde ich auch. Immer, immer ein guter Abend, immer gute Zeit da. Stimmt. David, du warst noch nicht da, oder? Leider, leider noch nie, nein. Es hat sich, äh, letztes Jahr, glaube ich, fast ausnahms, äh, los jedes Mal auf ein Kinderwochenende gelegt. Ähm, das müsst ihr ja dieses Jahr bitte besser, besser timen. Ja, abgemacht. Dann bin ich auf jeden Fall auch mal dabei, ne. Ja. Ähm, ja klar, du hast es aber auch eine Ecke weiter. Also, ich verstehe das. Ja, und jedes Wochenende kann ich mir dann halt auch nicht leisten, nach Deutschland zu fahren, ne. Alles für Battle Rap, ja. Kannst du deine Kids nicht langsam mitnehmen? Ja, ich weiß nicht, ne. So ein, zwei Jahre dauert es noch. Ja, lass leben. So, wenn sie zehn sind, kommen sie mit. Ja. Dann stelle ich sie in den Backstage und dann können sie dort mit, äh, anonymen Bayblade spielen oder sowas. Mit Renetics. Genau. Und irgendwann machen sie als Tag-Team im Kreis alles kaputt. Auf jeden. Auf jeden. Ja. Ähm, wir waren bei Mainmatch. Genau, aber wir waren bei Mainmatch. Genau, wir sind abgedriftet. Also, ähm, es war heiß erwartet. Wie gesagt, Wolf hat man ja auch lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, das letzte Mal, dass der bei Diltili was hatte, war im Tag-Team, ne, gegen Jarambo und, ähm, Kato. Echt? War das das letzte Mal? Ja, ich glaube ja. Das war denn, Brian war davor, oder was? Das war davor, ja. Das war, das war im Dezember davor. Ach ja, klar. Okay, jetzt check ich. Ja, stimmt, 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 stimmt. Das heißt, ja, 2019 hat er nur dieses Tag-Team-Battle, also, was heißt nur, jetzt in Anführungsstrichen, ist ja auch, also, ich meine, das ist ja, ne, eben ist keine Arbeit, MC sein, so, das ist einfach für die allermeisten halt ein Hobby und wo sie froh sein können, wenn ein bisschen was rausspringt halt, ne, und, ähm. Ja, und er hatte ja auch 2018 ziemlich viele Battles, ne, also, dass man dann auch mal so ein bisschen ein ruhigeres Jahr einlegt, äh, kann ich schon verstehen. Ja, und es scheint jetzt ja auch, wenn man sich das Main-Match halt anguckt, das scheint ihm gut getan zu haben, oder? Also, er war jetzt total on fire, er hat, äh. Ach so, killer. Ja, kann man schon sagen, fast fehlerfrei performt, ne, es gab jetzt, glaube ich, weiß nicht, so ein, zwei Lines, die musste er nochmal neu ansetzen oder so, aber im Prinzip war, lief da alles rund. Super, ja. Ja, voll. Und, ja, ich weiß nicht, wie, wie ist das Battle bei euch so angekommen? Ey, also, live, ich hab, ich hab live selten, selten so, äh, eine Feuer, Hitze, Atmosphäre erlebt, wie bei diesem Battle, ähm, und ich hab ja auch ein paar Battles mittlerweile live gesehen, ähm, ja, ey, ich fand's killer, so, ich, das Einzige, was ich so ein bisschen, ähm, kritisch beäugt habe, so, wenn, wenn Jakob, also wenn Wolf ganz schnell rappt, äh, fängt er manchmal so ein bisschen an zu nuscheln, dass es undeutlich wird, ähm, aber ansonsten war's einfach ein killer Battle von beiden Seiten. Ja, ich glaub, das mit dem Nuscheln ist so eine Verbindung manchmal mit, ähm, weil der auch schon relativ stark, ich weiß nicht, ob das dann, ob das dem Reim geschuldet ist oder so, aber der baut da manchmal auch so einige Anglizismen in die Sätze ein, ähm, was irgendwie witzig ist, weil man Mars das ja meistens vorwirft, aber irgendwie, Wolf macht das auch relativ hart, wenn man mal so hinhört, er sagt irgendwie so ein Nock von mir oder sowas irgendwie statt irgendwie ein Schlag von mir oder so. Ja, irgendwie ein Nock sediert den Willen und ich hab die ganze Zeit oxidiert verstanden, ich so, hä, was oxidiert und, äh, so, ah, Nock. Ja, genau, ein Nock sediert, genau, ein Nock sediert den Willen, also, ja, das ist, genau, und dann wird's halt mal schwierig, weil das sind so irgendwie Wörter, die man dann vielleicht auch nicht erwartet an der Stelle, ähm. Ja, äh, ja, inhaltlich, ähm, hat Wolf noch gesagt, dass Mars der Grund ist, weswegen Kai Hüvelmeier weint. Bro, wieso weinst du dann? Ich hab die Line auch erst gar nicht verstanden, ich glaub, die hat aber auch in einem Raum erst, oder ich weiß nicht, ob, äh, wie das so auf die Leute gewirkt hat, aber ich hab mir das halt auch im Pay-Per-View noch mal angeschaut, ähm. Ich stand neben dir und hab in dein Gesicht geguckt und gesagt, na, na, keine. Ne, aber es war ja irgendwie schon auch relativ, also, ruhig, also, ich glaub, die Line haben viele Leute einfach nicht geblickt, deswegen, ähm, deswegen hat die auch kaum Reaction gekriegt an der Stelle, ähm, ne, genau, das ist auch, wenn man, ich fand sie witzig, Alter, du bist halt Mars-Homie, Alter, und, ne, du bist halt auch Mars-Fürsprecher, und deswegen, das bist, du bist ja auch Mars-Verfechter im Dittely-Forum, so, weißt du, ist ja nichts Verwerfliches, du bist ja halt Homey, einfach. Ja. Ja, genau, der Punkt war, ne, leise. Spaß, Kai, Spaß. Ja, der Punkt, der Punkt war so ein bisschen, dass, ähm, die, also, Mars hatte ja, glaub ich, gegen Kato oder sowas diese Line von wegen, äh, keine Freunde in der Szene oder so, außer Appleboy und so, keine Ahnung, irgendwie sowas war da. Ähm, und das hat jetzt quasi, Jakob zum Anlass genommen, zu sagen, ey, das stimmt ja gar nicht, du hast ja doch Freunde in der Szene, ja, und hat dann quasi mich als Beispiel genommen, um dann sozusagen so, ey, und wenn der jetzt weint wegen dir, weil du sagst quasi, du hast keine Freunde oder so, dann ist das halt deine Schuld. Und der Punkt der Line war halt so ein bisschen zu sagen, so, ey, du sagst halt immer, du bist, du ziehst alleine in den Krieg. Er hat ja vorher auch gedroppt, ne, er hat ja gesagt, ihr habt mir The Room gezeigt, ich weiß nicht, habt ihr The Room mal gesehen? Ja, 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 genau. Er ist halt als Film gelistet irgendwie so als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten oder ja, so taucht er in diesen ganzen, äh, hier Watch-Mojo-Listen und so immer auf. Ähm, und der ist unter anderem deswegen halt auch so berühmt, weil er total absurde Dialoge hat, ja, und dann kommt halt so der, der Hauptcharakter, der hat dann irgendwie so einen besten Homie, der heißt, äh, Marc. Und, ähm, dann tritt er teilweise auf in Szenen und, ähm, die Dialoge beginnen dann immer damit, dass er dann irgendwie sagt so, oh, hi, Marc, oder so, und total aus dem Zusammenhang gerissen. Und, ähm, das ist halt so ein bisschen zu einem Meme geworden. Und das zitiert ja der, zitiert ja Wolf auch dann am Anfang der Runde, sagt, ey, du hast mir The Room gezeigt und bla, 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 irgendwie richtig stark, äh, du ziehst alleine in den Krieg, ich denk mir, oh, hi, Marc, ja, und, ähm, Marc ist halt eben auch ein Homie von Mars und der, äh, fährt halt meistens, ja, und der stand halt in dem Moment auch genau hinter ihm. Die Leute haben halt gelacht, weil sie diese, oh, hi, Marc-Referenz als eine The Room-Referenz verstanden haben, aber die Leute wissen natürlich nicht, dass halt Marc hinter Mars steht. Weißt du? Ja, geil. Und das hat die Zeile eigentlich dope gemacht, ja, also das war, ähm, also ich hab das halt total gefeiert, als ich das gehört hab, als er das gesagt hat mit dem, oh, hi, Marc, ja, und hab ich halt auch gesehen, dass, dass Marc halt auch, äh, lächeln musste da an der Stelle, ähm. Ja, witzig. Und ja, das war einfach so ein bisschen, ja. Hab ich auch nicht gedickt, die, die, die Zeile. Ja, witzig. Ja, das war einfach, also die ganze, ich glaub, diese ganzen paar, diese ganzen paar Zeilen waren einfach nur so ein, so ein Hinweis, äh, darauf zu sagen, so, ja, ja, du sagst halt immer, du stehst irgendwie so alleine in der Szene, aber eigentlich stehst du halt auch nicht so alleine, weil es halt ein paar Leute gibt, ne, die, ja, so, die halt auf deiner Seite stehen oder mit denen du halt down bist und mit denen du halt rumhängst privat und so und, äh, deswegen tun wir nicht so auf Lone Wolf. Ich glaub, das war so ein bisschen der, äh, der, der Punkt von dem, von dem ganzen Engel. Ja, Marc sagt ja auch, äh, er sei der einsame, graue Wolf oder sowas, oder? Ja, ja. Ja, genau, das sagt er, ja. Ja, das war dann wieder so sein Twist bei dem Ganzen halt zu sagen, ne, ähm, eigentlich so wie, so wie du halt dich nennst, so müsste ich mich halt eigentlich nennen, genau, weil das ist ja schon, schon ja auch so sein, das muss man ja auch schon sagen, ist ja auch ein Image, was er fährt, ja, das ist so Lone Wolf und, äh, aber in einer gewissen Art und Weise stimmt's dann wieder trotzdem, glaub ich, weil, ähm, er ist ja jetzt halt auch einer, der nicht unbedingt so drauf aus ist, irgendwie mit jedem so super dicke zu sein, ne, und, ähm, ich glaub, er, sowas halt vielleicht so sein Alleinstellungsmerkmal dann schon, und es ist halt so vielleicht diese Art von Style, die er erfährt, der hat ja auch am Ende der zweiten Runde kommt ja auch dieses, ähm, schreibt ihr weiter eure Poesie-Alben-Verse, ich arbeite weiter an dem Gegenentwurf oder sowas in der Richtung, ja, und das, er versucht sich ja schon auch als jemand darzustellen, der, ähm, der sich, der sich bewusst gegen eine bestimmte Strömung stellt, so, und ich glaub, das, das ist halt mehr so der Punkt bei diesem ganzen Image, aber, ja, ja, das ist die Erklärung der, der Zeile, ja, ich hab, keine Ahnung, ich hab schon irgendwie halb damit gerechnet, dass irgendwie was kommt, weil ich, äh, weiß nicht, ich kenn den Wolf ja auch schon länger, ähm, privat, also wir kennen uns ja eigentlich sogar vor dem ganzen Battle-Rap-Zoll, ja, genau, der kommt ja auch hier aus der, aus der Gegend, ähm, der war ja mal mein Schüler, hab ich, glaub ich, schon mal gesagt, irgendwann, so an der Uni, ja, deswegen hab ich schon halb damit gerechnet, dass da irgendwie, dadurch, dass wir jetzt nicht halt zwei battlen, die ich halt beide privat kenne, dass da vielleicht irgendwie mal was kommt oder so, und, ja, kam auch auf, vorm Battle auf mich zu, meinte, ey, ja, ich name-drop dich, äh, ja, ja, wem hättet ihr es gegeben? Ähm, ich glaube, ich glaube, Live, Mars und PPV fast eher, äh, Wolf, tatsächlich, weil Wolf ist manchmal live auch nicht so einfach zu dicken, ne, also eben, wenn dann so viele, ähm, verschlüsselte Referenz sind, wie dieses Hey-Marketing, ähm, na, dick, dass man halt alles zu 100% live direkt beim ersten Mal hören. Ähm, ich hätt' es, ich hätt' es, glaub' ich, auch knapp an Wolf gegeben, ähm, ähm, weil, ja, Mars, ähm, hat ne mega Atmosphäre aufgebaut und genau das gezeigt, was er halt immer am besten kann, nämlich, wie ich das am Anfang schon gesagt habe, kompakt, genau, on point, alles loszuwerden, was er loswerden will, und das ist halt auch wirklich seine Stärke und das kann er gut und das ballert auch jedes Mal, ähm, dieses Mal hat er halt aber auch viel damit verschossen fast, über sich selbst zu reden, aber das muss auch sein manchmal in einem Battle und vor allen Dingen auch nach der, nach seiner Vergangenheit so, verstehe ich auch, dass er das loswerden wollte und auch so, wie er sich in die Fresse haut und sagt, ja, ich bin verrückt und so, das war schon besonders. Das Ding ist, dass ich einfach mehr Angriffspunkte bei Wolf gesehen habe und deswegen würde ich's, glaub' ich, auf dem Papier an ihm geben. Kann aber auch... Also so quasi Sieg nach Punkten so ein bisschen. So Sieg nach Punkten so, genau. Äh, das, äh, die, 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 also den, den, naja, den Vibe hatte natürlich Mars wieder auf seiner Seite, weil den hat er eigentlich immer auf seiner Seite so, ne? Ja, ich find' das, das Krasse ist halt, wenn man, ich weiß nicht, ich hab's mir jetzt auch mehrmals noch im Pay-Per-View angesehen tatsächlich, weil ich find' auch, dass das, ähm, ich weiß nicht, da haben wir vorhin auch mal so ein bisschen, ja gut, als wir halt über Rundenzeiten und so geredet haben, ich find', das ist halt auch so ein Ding, das tut dem Battle so unfassbar gut, dass es einfach so, so knapp und kompakt ist. Ähm, das kann man sich einfach immer mal wieder gut reinfahren. Das ist halt, und, ähm, ich find', ja. Das ist halt auch, glaub' ich, der Grund, warum das genau so gut ankam, weil, ähm, danach drehte sich Wolf um, guckte Joe Farrow in die Augen und, ähm, so alles viel von ihm ab, so, weißt du? Er hat jetzt Flawless abgeliefert, genauso bei Mars hast du das gesehen, die haben jetzt, äh, die waren sich nach dem Battle schon sicher, die haben jetzt was Gutes gemacht, so, die Crowd ist abgegangen, die Crowd war sich sicher, das war jetzt was Gutes, Chief war zufrieden, hat dicht in die Kamera gelächelt und das war einfach so, jeder konnte sich drauf einigen, dass das jetzt ein gutes Ding war, so. Ähm, nur, es wird halt mega überhypt, fand ich jetzt gerade so, weißt du, ich will das nicht, ich will denen auch nichts, nichts Böses und ich will auch die Leistung nicht schmälern, nur, ich hab schon gelesen, das beste Dale-Tilly-Match auf der Welt und so, hab ich schon gelesen, immer locker bleiben, aber war ein gutes Match, halt. Du sagst, immer locker bleiben, gibt ja noch Lüri-Battles. Ja, nein, das wollte ich doch gar nicht sagen, aber, ne, ja, doch, aber, nein, nein, aber, ja, nein, ist schon gut, vielleicht, äh, hätte ich das auch gar nicht ansprechen müssen, aber, ähm. Ja, aber was macht, was macht, was macht denn deiner, deiner Meinung nach so, so ein richtig dopes, krasses Battle aus, so? Okay, ähm, äh, ja, ja, okay, ja, nee, aber war es, war es jetzt für dich das, das, äh, Diltilly-Match überhaupt, oder wie? Ja, nee, so Aussagen finde ich sowieso bescheuert, weil ich wüsste gar nicht, wenn mich irgendjemand fragen würde, so, ey, was ist für dich das, Diltilly-Match, ähm, keine Ahnung. Ja, mehr wollte ich gar nicht sagen, die sollen nur mal die Kirche im Dorf lassen bei, ja, so, das ist immer, also, ultimativ, äh, im Internet, hab ich das heute. Ja, aber das ist, ja, weiß ja, wie die Fangemeinde ist, oder so. Mehr wollte ich gar nicht sagen, mehr wollte ich nicht sagen, war ein ultra-dopes Match, genau. Ich meine, das ist ja sowieso, ich meine, Fangemeinde fährt immer auf Sicht, äh, das ist, glaube ich, so eine, so eine Grundregel irgendwie, dass, keine Ahnung, es passiert irgendwas, dann bist du voll unten durch, dann passiert wieder irgendwas Geiles, dann bist du auf einmal wieder voll the man, so, weißt du, und dann, ähm, deswegen, keine Ahnung, also, ich würde auch sagen, diese ganzen, und auch vor allem, das, das regt mich auch immer so ein bisschen auf, wenn die Leute dann kommen und sagen, ja, der und der wurde komplett zerstört und so, weißt du, das ist immer diese Superlative. Genau. Ähm, aber es ist ja das, was es ist, ja, wenn man guckt, also, es war, für mich war es mit Abstand das stärkste Battle der Cards, ähm, das Jahr 2020 ist noch super jung, es kommen bestimmt noch dope Matches auf uns zu, aber ich fand, das war ein super Auftakt, das war, äh, ist auf jeden Fall eins meiner, meiner Favorite Matches, ähm, bis jetzt so, ja, oder so aus der letzten Zeit, die ich so, also, wenn es jetzt noch im letzten Jahr stattgefunden, sagen wir es vielleicht mal so, vielleicht können wir uns darauf einigen, also, wenn das jetzt noch im letzten Jahr stattgefunden hätte, dann wäre das safe noch in meinen Top 5 gelandet, vom, von den Battles aus dem letzten Jahr, weil ich fand das jetzt schon noch mal ein bisschen stärker als Mars gegen Kreis, und Mars gegen Kreis war locker in meinen Top 3 letztes Jahr. Mhm. So, und, ähm, ja, und ich fand halt auch, also, ja, das ist jetzt immer schwer, ne, weil halt auch so wegen Homie-Bonus oder so, aber ich seh, also ich seh Mars schon auch leicht vorne bei dem, bei dem Battle, obwohl ich Wolf halt auch super dope fand und auch viele Zeilen brutal gefeiert hab, wie gesagt, zum Beispiel so The-Room-Zeilen und so, aber in dieser, ich glaub, so viel von seiner Taktik bestand eben da drin immer so ein bisschen zu, dieses Image von Mars halt zu untergraben, also mit diesem, ja, stellt sich halt da als der Taffe, ja, und dann will ich die Käferkämpfe zeigen und dann irgendwie ekelst du dich aber davor oder so, was ist so ein bisschen, ähm, aber auf der anderen Seite fand ich, hat halt Mars dieses Bild wieder so gut rübergebracht, vor allem halt in der dritten Runde, das war einfach krank und ich find, wenn man halt so die beiden dritten Runden allein schon so gegenüberstellt, wie gesagt, dann seh ich halt Mars da schon so leicht vorne, ähm, aber das ist halt, keine Ahnung, mein Eindruck und ich glaub, ja, er trifft vielleicht auch dann so ein bisschen einfach den, den Geschmack, den ich halt so einfach hab, aber, ja, das, ich will da auch gar nicht beanspruchen, objektiv zu sein, so, von daher. Ja, aber das ist doch, genau so muss ja im Battle sein, dass es so geil ist von beiden Seiten, dass es dann halt wirklich nur noch der Geschmack entscheiden kann, ne, dass man jetzt nicht irgendwelche allgemeingültigen qualitative Merkmale, ähm, rausschlüsseln muss, um den Besseren zu empfinden, sondern dass einfach nur noch das eigene, persönliche Gusto entscheidet. Ja, ja, und ich mein, letzten Endes, oder, das ist ja auch so ein, so ein Satz, hinter dem wir uns wahrscheinlich alle versammeln können, irgendwie, Battle Rap is live, ähm, und das war eben auch so ein Battle, wo man einfach live eine super Zeit hatte, sich das anzugucken, das war einfach, ja, war ein sehr, sehr cooler Moment und, ähm, deswegen auch, also wenn man jetzt zum Beispiel sagte, was sind so die Diltilly Battles, ja, keine Ahnung, für mich sind das halt die Battles, wo ich einfach live ne richtig, richtig geile Zeit hatte, ja, sowas wie, keine Ahnung, hier als, ähm, Team Reiben gegen Oktomush und Zwetschke zum Beispiel, da hat halt auch live die Hütte gebrannt und ist einfach geil, wenn man dann dabei ist, ja, und Teil der Crowd ist und das sehen kann und feiern kann, ähm, und, ja, und darüber hinaus, glaube ich, was dann nochmal immer so ein, so ein Bonus auf so ein Battle dann gibt, ist, wenn am Ende noch ein richtig geiles Video bei rauskommt und ich bin mir halt sicher, dass jetzt hier das, das Mars gegen Wolf auf Video auch richtig geil kommt und einem so ein Battle wird, was man sich immer wieder angucken kann, auch in ein paar Jahren wahrscheinlich nochmal, ja. Ja, glaube ich auch. Ja, und das ist dann doch scheinbar eigentlich die Definition von einem Classic, oder? Und deswegen, also wenn die Leute dann halt sagen, gut, ist jetzt halt wieder ein Instant Classic geworden, ich finde, da lügen die jetzt halt nicht, also das finde ich jetzt auch nicht zu hochgegriffen, wenn die Leute sagen, das ist jetzt halt wirklich ein Instant Classic, so, weil es hat auch, dadurch, dass jetzt Mars so lange gesperrt war und dass das erste Battle nach der Sperre war, Wolf jetzt auch ein Jahr weg war, beide aufeinander getroffen sind, Hessen Derby, also es gibt halt viele Gesichtspunkte, unter denen man sagen kann, dass das irgendwie ein besonderes Battle war und deswegen. Ja, schön, aber dennoch verstehe ich auch Lüri, dass man jetzt nicht irgendwie so diese Ultimativen so schwängen sollten und. Nein, ich hätte das gar nicht anquatschen sollen, das schmälerte nämlich das Match, es war ein Mega-Match und es wird wahrscheinlich auch ein Classic werden. Nö, es schmälert ja nicht unbedingt das Match, es schmälert ja eher so die Kurzsichtigkeit der Szene, ne, dass alles, was irgendwie länger als zwei Monate her ist, schon vergessen ging und so. Es war ein super krasses Battle, aber für mich jetzt auch sicherlich nicht das Beste der Diltili-Geschichte oder sowas. Genau. Ja, aber da gibt's ja auch mittlerweile halt extrem viel Konkurrenz, muss man sagen. Also, ja, und es ist immer schwer, zwei Battles miteinander zu vergleichen, ja, wenn du jetzt so eins nimmst wie, was weiß ich, jetzt hier zum Beispiel, Lüri, dein Battle gegen Papi Schlauch oder so, ja, oder dein Battle gegen Duff, so, das sind auch Battles, die ich mir halt voll gerne angucke oder das jetzt gegen Rackpipe zum Beispiel, aber schon, ja, weißt du, wie soll ich die Battles vergleichen mit anderen Battles, wo zwei komplett verschiedene MCs dabei sind, also, ist immer schwer zu sagen, so, welches Battle fand ich jetzt eigentlich besser, ist am Ende halt echt eine Geschmacksfrage, so, was seinen mehr hinterhält. Genau, und was auch die eigenen Erinnerungen dran sind, also, in meinem Top 3 zum Beispiel ist ein Battle, das wahrscheinlich von niemanden anderen sonst in den Top 3 war und das ist einfach nur aus dem Grund, weil es mein allererstes Live-Battle war, das ich live gesehen habe von Diltili, das war Barracuda gegen Mavchik und Dicker, ich liebe dieses Battle, ich habe das so oft auch auf Video gesehen, weil da einfach auch eine Erinnerung dran hängt, ne, das erste Mal Live-Erlebnis und dann so eine krasse, geile Leistung von Mavchik und ja, aber objektiv betrachtet weiß ich schon, dass das sicher kein Top 3 aller Zeiten-Battle ist, ne. Naja, soll jeder für sich selber entscheiden. Genau, genau. Ja, so ist es. Genau. Ey, das ganze Event war super Feuer, würde ich sagen, also, nur Liebe an Diltili, wie immer. Ja, kann auf jeden Fall so weitergehen, ne, das Battle, ja. Ja, was ist das Nächste? Ähm, jetzt erstmal das On-Beat-Ding, ne, glaube ich, oder? Genau. Und dann kommt's schon in der Weekend. Ja, das On-Beat-Ding ist ja auch, ne, die haben, glaube ich, sieben Battles oder so, klar, On-Beat ist auch immer ein bisschen kürzer so, ähm, aber die haben ja sieben Battles, ursprünglich acht auf der Karte gehabt, ich glaube, 80 gegen Falk ist abgesagt, ne. Jo. Ähm, Skiller hat auch noch abgesagt und jetzt wird dafür aber Falk gegen Jolle antreten, so, dass... Genau. Ah, okay, ja, das ist ja sinnvoll. Ja, aber die müssen jetzt in acht Tagen irgendwie das Battle fertig schreiben, so. Ja, genau. Also nochmal umschreiben und neu schreiben, sozusagen. Ja. Ja, harte Aufgabe. Ja, und dann kommt ja auch Polacke wieder, da sind wir auch mal gespannt, ähm, was das wird, ja, der sah ja gegen Jeezy erst irgendwie nicht so stabil aus, aber wenn der sich jetzt wieder gefangen hat, dann wird das auch... Ja, aber im On-Beat kann ich mir schon vorstellen, dass der immer noch, ähm, schon auch abliefern kann. Ja, ich wünsch mir das, das wäre so, so gut, wenn, wenn der jetzt halt mal wieder richtig zurückkommt und... Vielleicht ist diese On-Beat-Geschichte als Brücke wieder rein gar nicht so schlecht für einen Polacken. Du hast da... Ja, finde ich auch, finde ich auch, finde ich auch. Das war mein Gedanke. Okay. Genau. Ähm, andere Kriterien, ne? Du kannst dich erstmal an dem Beat entlanghangeln, du hast nur deine, deinen Sechzehner, den du im besten Fall nicht verkackst, äh, und kannst viel mit Flow machen irgendwie, das ist was anderes als A Cappella. Deswegen ist das gar nicht schlecht, wenn er sich da zeigt. Er ist ja auch ein Punchliner, so, das, glaube ich, spielt dann dann wahrscheinlich schon ganz gut in die Karten, wenn er jetzt, ähm, wenn er sich dann noch, also wenn er noch ein paar gute Lines irgendwie auf Tasche hat oder so, dann, äh, oder auf Sporttasche in dem Fall. Ja. Dann, ähm, glaube ich, wird das ein sehr unterhaltsames Battle, so Davy ist ja sowieso ein Garant dafür, dass es halt, äh, Feuer wird, weil der hat, On-Beat bis jetzt hat er noch nicht enttäuscht. Ne, finde ich auch. Ne, On-Beat immer und Feuer auf jeden Fall. Ja, bin ich sehr gespannt, ähm, seid ihr live dabei? Leider nicht, ich nicht. Ne, ich leider auch nicht. Joa, und danach ist es schon in der Panker, oder? Ja, in der Panker, genau. Ja, geil, ich bin mal gespannt, wie der Sound da ist irgendwie, wie die das machen, Mics und so, aber sind ja auch, ähm, sind ja auch Konzerte und so, ne? Ja, aber da könnte ich mir schon vorstellen, ähm, ich weiß nicht, die haben das ja in England manchmal bei den On-Beat-Battles, war das ja tatsächlich so, dass die es geschafft haben, obwohl der Beat läuft, das ohne Mics zu machen. Und das wäre natürlich geil, wenn das zum Beispiel in der Panker halt auch funktionieren würde, weißt du, wenn man nicht immer das Gedöns hat mit den Mics und so. Ich weiß halt, dass das manchmal schwierig wird, sonst mit dem Abmischen, ähm, aber so von der Stimmung her wäre das natürlich richtig Killer, so, wenn die dann auch noch ohne Mic rappen könnten. und Panker ist halt so eine kleine Location, vielleicht klappt das ja. So, mal sehen. Müsste man mal gucken. Bei Davy würde das ohne Probleme funktionieren, Alter. Denke ich halt auch. Wie viel Energie ist da? Der hätte sogar auf einen Splash ohne Mic battlen können, Alter. Ja. Safe. Ja, und Lüri, wie sieht es aus mit BRB? Wie geht es da weiter? Ähm, weiß ich nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, wann der nächste Termin steht. Ich glaube, im Januar gibt es gar keine, oder? Im Januar gibt es keine, genau. Ähm, im Februar gibt es die nächste. Ich habe jetzt eine Woche oder so nicht mit den Jungs gequatscht, weil ich viel arbeiten war und so. Ähm, ich frage danach. Und dann lasse ich euch nochmal Infos zukommen. Ich kann euch da gar nicht sagen. Ich glaube, ich habe am 15. Februar oder sowas gehört, glaube ich. Eine Woche nach, Ende Weekend. Ja, das kann durchaus sein. Irgendwas schwirrt mir durch den Kopf, aber ich will mich nicht drauf festlegen. Keine Ahnung. Ja, ich glaube auch. Also die haben jetzt nach meinem Eindruck, hat die BRB schon auch in den letzten ein, zwei Jahren nochmal ganz deutliche Schritte so nach vorne gemacht. Auch was halt die Matches angeht, was Lineups angeht. Also da erwarte ich mir auf jeden Fall auch noch so einiges jetzt im kommenden Jahr. Also das freue ich mich immer, wenn ein Flyer kommt. Letztes Jahr auf jeden Fall einen qualitativen Quantensprung hingelegt, die BRB. Ja, finde ich so. Ja, mit dem Wechsel aus dem Arata nach Dortmund, das hat uns schon, glaube ich, ganz gut getan. Ja, echt. Das auf jeden Fall, ja. Immer ein paar mehr Leute so mittlerweile. Und ich hatte auch Leute gehört sogar, die so aus, keine Ahnung, zum Beispiel dann irgendwie in der Nähe Paderborn oder so aus der Gegend da kommen, die auf vielen, vielen Dilti-Events immer waren und die ich da auch öfter mal dann getroffen habe. Und die dann auch schon meinten, so im Arata, ja, irgendwie kommen sie da nicht so richtig hin. Und da habe ich schon gedacht, okay, krass. Also wenn jetzt halt quasi die lokale Liga es irgendwie nicht schafft, die Leute aus dem eigenen Einzugsgebiet irgendwie so zu binden, dann läuft da auf jeden Fall was verkehrt. Aber das ist jetzt mit der Oma Doris natürlich perfekt gelöst. Ja, das war wichtig. Super Location. Wichtig. Das Arata war einfach, also ich will dem Klub nicht seinen Legendenstatus absprechen, aber das liegt einfach an so einem Feldweg. Alter, sieht von außen aus wie ein Puff, so ungefähr. Und ist einfach ohne Kutsche nicht zu erreichen, Alter. Also das war denkbar schlecht irgendwie. Deswegen war genau das Richtige. Ja, ich weiß, das war ja auch immer so die ersten BRB-Videos, wenn ich da noch dran zurückdenke. Das haben ja auch alle immer so ein bisschen sich halt angeguckt und dachten, okay, krass, das ist jetzt irgendwie die Crowd, aber gefühlt sind irgendwie 80 Prozent der Leute, die in der Crowd stehen, selber Rapper oder treten da selber auf an dem Abend so. Hatte schon am Anfang auch eher so ein bisschen Meme-Charakter, aber das hat sich echt krass gemacht, muss man echt sagen. Also Riesen-Props an alle Beteiligten da. Ich finde aber auch, die Videos aus dem Arata haben jetzt schon einen gewissen Kultstatus, finde ich. Es gab da auch den ein oder anderen Cringe-Klassiker, aber auch schon gute Battles. Genau, das legendäre 5 gegen 5, ja legendär, ich schmeiße sie jetzt auch schon mit so Superlativen rum, aber das supergeile 5 gegen 5 gab es zum Beispiel im Arata. Die Sternstunde des Primetime. Das Primetime macht mal Lärm für das Taschentum. Viele herrliche Dinge erlebt im Arata. Aber naja, nichtsdestotrotz ist die Oma Doris auf jeden Fall doch der bessere Club. Wir fühlen uns sehr heimisch, ganz viel Props auch an Ben, der uns immer den Laden klar macht und an das ganze Team halt auch. Ich habe ja eigentlich wenig damit zu tun, außer durch den Tag zu führen. Alles Organisatorische machen Jarambo und Merlin. Und ich bin ja nur der Hampelmann, der da immer rumbrüllt. Ja, auf jeden Fall Props und Grüße gehen raus an Merlin und Jarambo. Genau. Und wie sieht es mit dir aus, Lüri? Was sind deine Pläne fürs Jahr, battlemäßig und musikmäßig? Genau. Ich sitze an Musik, die werde ich rausknallen, sobald sie fertig ist. Es wird aber fire, sage ich euch. Es wird wirklich dope. Ähm, ja, und battlen werde ich erstmal nicht mehr. Gar nicht mehr? Erst mal eine ganze Weile. Nee, erstmal nicht mehr. Genau. Wie gesagt, ich mache Familie gerade und das ist erstmal, das hat Priorität. Prioritäten setzen, muss man. Genau. Battlest den Hunger deiner Kinder. Genau. Genau. Ja, und vielleicht kommt ja immerhin mal so ein Lüri macht Pause Volume 2 oder so. Oh ja, da hätte ich Bock drauf. Was könnte ich denn battlen? Ich hatte letztens so, ich weiß nicht, acht Zeilen gegen meinen Hund. Das wäre auch cool. Der hat auf jeden Fall blöd geguckt. Aber ich habe es nicht aufgenommen. Aber vielleicht mache ich das doch. Ja, mal sehen. Vielleicht antwortet dann Stuhl Savasch wieder. Oh nein, Alter, der hat mich gut zerstört. Dieser Bastardstuhl, Alter. Ja, noch so ein bisschen Hölzern in der Delivery. Für sein erstes Match war das stabil. Ja, ich denke, das war es, oder? Habt ihr noch irgendwas loszuwerden? Oder sowas? Nö, ich weiß nicht. Ich glaube, wir haben jetzt so die nächsten Sachen, die kommen, haben wir ja angesprochen, oder? Ich meine, in der Weekend, was war da nochmal der Termin? Der ist doch auch schon released, oder? Ich glaube, 8., 9., Februar, oder 7., 8., sowas. Moment schnell. Am 7. und 8. 7. in Düsseldorf. Genau. Nee, 8. in Düsseldorf und 9. in Duisburg. Ja. Ja, geil. Schreibt euch das hinter die Ohren und in die Kalender. Yes. Genau, ich weiß leider noch nicht. Kann gut sein, dass ich es nicht schaffe. Aber dann das nächste wäre dann die Tapefabrik. Ja, ja. Da sollten auch alle hinkommen. Sowieso, wenn man Hip-Hop mag, ist das immer die Nummer 1 Anlaufstelle, finde ich, für dopen Hip-Hop in Deutschland. Auf jeden Fall sollte man da hingehen. Sehr, sehr untergrundlastig. Man hat immer eine gute Zeit. Und diesmal gibt es am Tag davor auch Written A Cappella Action. Vertrieb, glaube ich, sogar dann auch über die Seite der Tapefabrik, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber da kommt dann in nächster Zeit auch nochmal ein bisschen was Näheres. Und ich glaube, die haben einige Acts dann auch am ersten Tag, aber überwiegend Battles. Und dann eben aber dann die Acts am zweiten Tag und dann nochmal ein paar Onbeat-Battles, glaube ich, dazwischen gestreut. Also es wird sich so ein bisschen überlappen, aber eben eher battle-lastig am ersten Tag und eher act-lastig natürlich dann am zweiten Tag. Und da können wir uns schon auch auf einige dope Matches freuen. Wer da so ein bisschen raten möchte, schaut euch diesen Vlog an. Da hat Rob Scure nämlich schon auf jeden Fall verraten, dass er da am Start sein wird. Und von einigen MCs, mit denen ich hin und wieder mal so hänge, gibt es auch den einen oder anderen, der da sein wird. Also von daher freut euch auf ein dopes Line-Up. Ganz durch die Blume angeteast. Also Rob Scure gegen Mars B bei der Tape-Fabrik soll schon vorbeikommen. Ja, vielleicht nicht gerade diese Konstellation. Ja, okay. Vielleicht habe ich auch Scheiße gespoilert, wer weiß. Wer weiß. Ja, wir wollen uns aber auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil das ist natürlich noch nichts. Also das, solange das Line-Up noch nicht draußen ist, müsst ihr halt noch abwarten. Aber ich kann auf jeden Fall versprechen, es wird cool. Und da kommt er auf jeden Fall auch hin. Sehen wir uns da. Geil. Machen wir. Vielen Dank, Jungs. Hat Spaß gemacht. Ja, tausend Dank, Lübi, dass du dabei warst. Es war uns eine Ehre. Und dir und euch noch alles Gute für den Rest, dass mit den Kleinen alles gut geht. Ja, vielen Dank. Alles Gute für die Geburt. Viel Schlaf und Nerven in der ersten Zeit. Ich kenne das. Ja, stimmt. Ich hole mir Tipps, wenn ich welche brauche. Bei dir. Alles klar. Ja, danke, Jungs. Haut rein. Haut da rein. Und an euch da draußen, folgt uns auf den gängigen Plattformen, dass ihr keine Folge verpasst. Und wir sind draußen. Ciao, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.